So, hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch. Heute nur Voice-Over, weil ich will keine Ecke vom Bild verschwenden, um mich da einzublenden. Wir machen eine kleine Survival-Landschaftsanalyse. Die dafür notwendigen Wissenschaften sind im Wesentlichen Geomorphologie und Pflanzensoziologie beziehungsweise genau genommen Geobotanik, um den Sammelbegriff, den Überbegriff zu verwenden. Das sind so die Hauptwissenschaften, die hilfreich sein können, wenn man ein Bild einer Landschaft vorgeklatscht bekommt und sich jetzt vorstellt, natürlich nur rein hypothetisch, das wird so natürlich nicht passieren, dass man in diesem Flieger drin hockt, aus dem dieses Bild hier aufgenommen ist und der jetzt fast senkrecht runterschnort und wir dann da abstürzen und durch irgendein Wunde sind wir unverletzt und haben vielleicht dieses Bild gerade mit unserem Smartphone aufgenommen, das da unten jetzt keinen Empfang mehr hat und keine weiteren Funktionen erfüllt, als uns dieses Bild noch eine Weile lang anzuzeigen, weshalb wir es als Orientierungshilfe nützen können. Das ist natürlich alles sehr hypothetisch, aber ich verrate euch schon mal im weiteren Verlauf dieses Beitrags gibt es noch ein paar andere Bilder, so viele sind es gar nicht, ist im Grunde ein kleiner Dia-Vortrag für diejenigen von uns, die alt genug sind, um zu wissen, was das ist. Wir wollen uns einfach mal zu verschiedenen Ecken des Planeten, das ist glaube ich Tansania, war das Tansania? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber zu verschiedenen Ecken des Planeten wollen wir uns einfach mal anschauen, was wir denn, wenn wir in einem Punkt der Landschaft stehen, durch vegetationskundliche und geomorphologische Kenntnisse, die wir möglicherweise haben und wenn wir sie nicht haben, dann sollt ihr die jetzt lernen, das ist der Sinn der Veranstaltung, ob wir da nicht schon ein bisschen abschätzen können, wo wir denn in einer solchen abgestürzt-In-Situation möglicherweise hingehen könnten, in der Hoffnung, da irgendwas zu finden, was uns weiterhilft. Ja, dieser Beitrag kommt zustande, weil ich wirklich ein Problem damit habe mit dieser Du musst immer scouten gehen, immer Einstellung und unter scouten scheinbar zu verstehen ist, dass man einfach willkürlich in der Landschaft rumdackelt, um sich alles anzugucken und dabei einen Haufen Energie verwendet, um auch in einer Situation, in der es völlig sinnlos ist, in der Landschaft groß rumzulaufen, ja, trotzdem da rumgelaufen zu sein, weil einem irgendjemand gesagt hat, dass man immer ganz viel scouten gehen muss. Jetzt, der Scout, der kommt tatsächlich aus dem, ja, Militärbereich, Scout als Pfadfinder, der Pfadfinder, der stammt auch schon, dieser Pfadfinder, der stammt auch mehr oder weniger aus dem, ja, plus minus militärischen Bereich, dass man da halt einen vorgeschickt hat, der für die ganze Gruppe mal ein bisschen gucken sollte, wo die denn am besten langlatschen, damit man nicht mit der ganzen Gruppe den falschen Weg nimmt und dann am Ende alle wieder zurücklatschen muss, sondern lieber einer vorgeht, der dann halt im schlimmsten Fall wieder zurücklatschen muss, aber dann ist es halt nur der eine und der hat nicht das ganze Gerödel von allen dabei, sondern reist halt mit leichtem Gepäck, dafür tragen die anderen sein Equipment quasi, beziehungsweise sein Zelt oder was auch immer das ist. Daher auch dieser Begriff, als ich da gefragt wurde, hä, was soll denn Scouting sein? Ja, in Auskundschaften der Landschaft, wie gesagt, wahrscheinlich aus dem militärischen Kontext ursprünglich stammend. So, und für Survivalzwecke, also sprich, der klassische Survival-Fall, auf den sich jeder Hobby-Survivalist, so wie ich, so hobbymäßig ein bisschen vorbereitet, manche Leute ernster, manche Leute weniger ernst, das bleibt auch jedem selbst überlassen, aber ist halt, dass man irgendwo, mitten im Nirgendwo plötzlich ausgesetzt wird. Das heißt, man wird von Aliens oder Fritz Meinecke entführt und wird dann irgendwo im Nirgendwo platziert, kriegt, keine Ahnung, einen Koffer mit zwei Damenstrumpfhosen, einem Messer und einem Kochtopf mitgeliefert und darf dann damit jetzt versuchen, sich zurück in die Zivilisation durchzuschlagen oder alternativ an Ort und Stelle so und so lange auszuharren, bis man dann von Aliens oder Fritz Meinecke wieder eingesammelt wird. Das sind eigentlich die beiden realistischsten Szenarien. Aliens oder der Meinecke. Ja, Späßle. Ja, so. Und bevor wir jetzt also ein klassisches Scouting betreiben und jetzt kreisförmig unsere Umgebung auskundschaften oder sternförmig vom Ausgangspunkt ausgehend in alle Richtungen davonlatschen, um mal zu gucken, was da ist, kann man eben, wie gesagt, wenn man das entsprechende Wissen hat, einen Haufen Energie, Zeit und möglicherweise Leben schonen, wenn man eben nicht ohne jeden Sinn und Verstand in alle Richtungen drauf rausläuft, sondern eben Fähigkeiten zum Lesen von Landschaften einsetzt. So, und da ich schlecht jetzt an ganz vielen verschiedenen Orten stehen kann, um euch da mal ein paar Bilder selber zu drehen, machen wir das einfach per Foto. So, was sehen wir denn hier? Also, wir haben hier ein, das wissen wir, also wir wissen ja in jedem Fall, wir gehen ja davon aus, wir würden da jeweils stehen, wo das Foto aufgenommen ist. Dann wissen wir natürlich auch, wie warm es da ist und hier im konkreten Fall wird es wahrscheinlich relativ warm sein. Das heißt, wir befinden uns in einer etwas wärmeren Ecke unseres Planeten. Wir sehen auch nirgendwo Eis und Schnee und dankenswerterweise haben wir ja eine gute Übersicht, weil wir uns ja noch im Absturz befinden sozusagen und uns dieses Bild jetzt mental auf die Frontallappen-Festplatte eingebrannt haben. Ich habe keine Ahnung, ob der Frontallappen für sowas zuständig ist, aber spielt auch keine so große Rolle. So, also, wir haben hier einen Tafelberg. Dieser also offensichtliche Berg hier im Bild, das ist ein sogenannter Tafelberg, das heißt, der ist oben verdammt flach. Der fällt dann sehr, sehr steil ab, hat steile Klippen, nahezu, ja, das dürften quasi 90 Grad sein an den allermeisten Stellen, sicherlich hier und da ein Überhang, sicherlich hier und da nur 89 Grad, in keinem Fall etwas, wo man einfach raufkommen würde, so man dann nicht die entsprechende Qualifikation und Ausrüstung zufällig dabei hat. Und da wir ja vermutlich, wenn wir dann erstmal abgestürzt sind, unten sind, kommen wir auf diesen Tafelberg nur sehr schwierig hoch. Sollten wir denn jetzt versuchen, da hochzukommen? Wie wir jetzt schon vom Flieger aus sehen können, ist da jetzt nichts, was uns nennenswert weiterhilft. Ist es denn zu erwarten generell, wenn wir jetzt zum Beispiel unten stehen und sehen, oder hinten ist ein Tafelberg, dass da obendrauf irgendwas unglaublich Hilfreiches ist? Nein, ist es nicht. Tafelberge sind so flach in den meisten Fällen, da gibt es weltweit sicherlich noch Ausnahmen. Das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen, wenn man eben noch nicht mal weiß, wo genau auf dem Planeten man sich befindet und einfach nur sieht, da ist ein Tafelberg. Da gibt es kein richtig oder falsch und ich kann übrigens das, was ich hier sage, auch nicht verifizieren. Also ich kann nicht beweisen, dass das stimmt, aber ich kann so grob mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, dass die Chance, dass auf dem Tafelberg was wäre, was uns weiterbringt, sehr gering ist. So und jetzt müssen wir grundsätzlich immer in einem Survival-Szenario beziehungsweise einer Überlebenssituation abwägen, Aufwand für Nutzen. Der Aufwand auf den Tafelberg zu klettern oder Risiko zu nutzen, kann man auch sagen, ist gigantisch, insbesondere wenn wir nicht professioneller Kletterer sind, der das wirklich mal easy peasy macht und genau weiß, dass er das auch kann. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich hochgradig lebensgefährlich, für mich absolut ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ihr sagt, ja, ich könnte das vielleicht schaffen, dann müsst ihr halt für euch eine andere Risikoanalyse machen, für mich völlig unmöglich. Und für welchen Nutzen, was soll da auf dem Tafelberg sein? So und jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt das Bild nur in der Auflösung, wie es vorliegt, weil wir sind ja gerade beim Abstürzen, deswegen haben wir uns das Bild in einer höheren Auflösung natürlich nicht einprägen können und Wikipedia gibt es nicht besser her. So, wir sehen offensichtlich keinen dichten Wald, weil wir sehen ja unterhalb von Tafelberg mit dem Abstand, den wir gerade zum Objektbaum haben, dass es man einzelne Bäume so ein bisschen erahnen kann. Die fehlen also oben auf dem Tafelberg vollständig. Das bedeutet, Wald haben wir da nicht. Was wir da haben, sind drei Formen, vielleicht vier Formen von Vegetation, die sich jeweils durch eine andere Farbe der Erdoberfläche sozusagen abheben. Es gibt da so Bereiche mit so einem leichten Buschland, wo auch so kleine grüne Küglichen in Anführungszeichen zu erkennen sind, manchmal vereinzelt, manchmal dicht beieinander stehend. Buschland kann durchaus interessant sein. Das liefert nur mäßig, beschlecht Brennholz. Allerdings sind viele solcher Büsche weltweit, da sind häufig welche dabei, die auch mal Bären tragen. Das Blöde ist jetzt nur, dass weder ich noch ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr jetzt hier irgendwo in einem wärmeren Land, von dem wir gar nicht wissen, wie es heißt, genau, ich habe, wie gesagt, ich habe es vergessen, nachgucken will ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ja auch Sinn der Sache. Wir gucken uns Landschaften an, ohne weitere Informationen, nur die Landschaft pur. Und ja, die Chance, dass wir dementsprechend einordnen können, ob wir jetzt die Bären, sollten es Bärensträucher sein, da essen können, unwahrscheinlich. So, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir da üppige Bärensträucher haben, die viel Bären ausbilden? Das ist auch nur sehr unwahrscheinlich. Warum? Wir haben da oben auf dem Plateau offensichtlich einen Grund, dass das Plateau entstanden ist. Das wird hier vermutlich, und das habe ich ja schon gesagt, beziehungsweise wollte ich gerade sagen, bis ich den Faden verloren habe, dass solche Berge wie dieser hier oft so durch Winderosionen tatsächlich entstanden sind. Oft nicht immer, aber ein möglicher Grund kann wirklich Winderosionen sein. Möglicherweise ist es auch in der Tafelberg ein Überbleibsel eines Gebirgsbildungsprozesses, bei denen solche einzelnen Schichtschollen hochgehoben worden sind und der Rest der Landschaft drumrum weg erodiert ist. Hier handelt es sich offensichtlich um ein ziemlich brüchiges Gestein. Das sieht man daran, also brüchig bedeutet nicht, dass es deswegen weich wäre oder sowas, aber es bricht gerne in größeren Klötzen offensichtlich ab, weil wenn es in kleineren Bereichen zerbröseln würde, also ein zerbröseliges Gestein sozusagen, dann hätten wir hier nicht diese Steilwand. Diese Steilwand kann eigentlich nur bei harten, aber wohl möglich brüchigen Gesteinen entstehen und das sind meistens, ja, Karbonate machen das auch, aber in den meisten Fällen sind es dann doch, glaube ich, eher Silikate, rein statistisch gesehen sind die meisten Gesteine, die wir in der Erdoberfläche finden können, Silikate und das bedeutet, dass wir da oben drauf vermutlich, also dass der Fels als solcher vermutlich wasserdicht sein wird und entsprechend da oben auf dem Tafelberg zu erklären ist, weshalb da, naja, tatsächlich muss ich mich korrigieren, wenn ich so ein bisschen weiter drüber nachdenke, in den meisten Fällen sind solche Flächen wasserdicht. Wenn das hier allerdings der Fall wäre, müssten wir oben auf dem Fels theoretisch eine bessere Vegetation haben, weil wenn der wasserdicht wäre, würde sich das Wasser da doch so lange drauf stauen, bis es an den Seiten runtergeflossen ist und das sollte für eine gute Wasserversorgung sorgen und dann wäre damit höherer Vegetation zu rechnen. Denn höhere Vegetation bedeutet immer bessere Wasserversorgung kann man grundsätzlich weltweit so sagen, je besser die Wasserversorgung, desto höher die Pflanzen, die da jeweils wachsen. Wenn da gar keine Pflanzen wachsen, gibt es in vielen Fällen keine vernünftige Wasserversorgung oder ein anderer Faktor ist schuld, das kann zum Beispiel auch Kälte sein. Da wir uns hier aber in einem warmen Lebensraum, so plus minus am Äquator befinden, das kann ich schon mal verraten, müsste da eigentlich Kälte jetzt ausgeschlossen sein. Das bedeutet, vielleicht ist unser Fels hier tatsächlich doch mikroporös und lässt das Wasser schnell versickern im Inneren des Felsens. Das würde dann sogar Sinn ergeben, wenn wir uns anschauen, dass unterhalb von unserem Fels gewissermaßen ja ein recht übiger Vegetationskranz um den Fels drumherum ist. Aber zurück zur Oberfläche, wir sehen es, es gibt da drei, vier Sorten von unterschiedlich grünen bis gar nicht mehr grünen dünn besiedelten Vegetationsschichten, das ist für uns völlig uninteressant. Also selbst wenn wir da Beerensträucher finden würden, müssten wir ja da erst hochkommen und so jetzt nicht weiter links im Bild ein bequemer Weg da hoch wäre, aber selbst dann Höhenmeter zurücklegen ist immer was, was viel Energie kostet. Das sollte man nur tun, wenn man da drin auch wirklich einen Sinn erkennen kann. Das heißt, wir wollen da nicht hoch. So, dass wir allerdings am Fuß von dem Ganzen hier so einen Miniaturbergregenwald nenne ich ihn jetzt mal vorsichtig haben. Das lässt auch die Vermutung zu, dass wir hier diese Wölkchen gerade sehen können. Diese Wölkchen scheinen nicht von der normalen Wetterwolke, großen Wolke oben drüber zu stammen, sondern kommen offensichtlich woanders her, weil sie halt einfach erheblich tiefer liegen und es keinen Grund gibt für eine Wolke so tief runter zu steigen von der Hauptwolkenmasse von oben. Das heißt, die wurde unten gebildet. Das heißt, wir haben es hier, da wir uns ja an einem warmen Ort befinden, wie wir ja wissen, wenn wir das Fenster runterkurbeln, haben wir es hier mit Interzeptions- bis Transpirationswolken zu tun. Sieht man solche Wölkchen oberhalb von großen grünen Gebieten, dann ist das fast immer eine Interzeption- Schrägstrich Transpirationswolke. Er bedeutet, das Wasser verdunstet aus dem Wald heraus. Wahlweise ist das Wasser, das vorher in den Wald reingeregnet hat, das wäre dann Interzeption, nennt man das. Also das Wasser, das einfach in den Baumkronen hängen geblieben ist, an den Blättern hängen geblieben ist und da verdunstet, bevor es auf den Waldboden tropfen kann. Oder es ist tatsächlich Transpiration, bedeutet, das Wasser, das im Zuge der Photosynthese von den hier wachsenden Pflanzen abgegeben wird, was aufgrund der hohen Photosynthese-Leistung so viel ist, dass sich direkt ein Wölkchen daraus bildet. Das sehen wir rechts im Bild bei dem großen Wald auf der anderen Seite vom Fluss. Das ist vermutlich sogar eine, also mit Interzeption wohl möglich, aber mindestens auch verstärkt durch Transpiration Wolke. Und das ist eigentlich nur in Regionen möglich, wo die Bäume wirklich unter optimalen Bedingungen oder fast optimalen Bedingungen bei hohen Temperaturen und regelmäßigen Niederschlag wachsen können. Das heißt, wir befinden uns hier in den Tropen. Das bedeutet allerdings nicht, dass überall tropischer Regenwald ist. Auf der anderen Seite vom Fluss hinter unserem Berg, ja, das könnte eine Form, eine mildere Form und nicht der ganz krasse, aber doch eine Form von tropischem Regenwald sein. Dass der direkt neben dem Fluss ist, ja, warum mag er da wohl sein? Weil sämtliches Wasser aus dieser Landschaft natürlich auch wie in jeder anderen Landschaft auch nach unten fließt, sich dann unten sammelt und Bäume, die weit genug unten sind, um von diesem wirklich großen Fluss, da seht ihr, der ist auch ziemlich breit, der kann auch bestimmt jahreszeitbedingt mal nochmal ein bisschen mehr ansteigen, mal ein bisschen weniger ansteigen. Das ist fast bei jedem großen Fluss so. Jahreszeitbedingt bedeutet, wenn wir uns in den Tropen befinden, in der Trocken- oder in der Regenzeit, das sind die zwei Jahreszeiten, die da in den meisten Fällen vorherrschen, da gibt es auch Unterschiede und Ausnahmen, aber wir dürfen davon ausgehen, dass der Wald nebendran eben davon profitiert, dass der Fluss nicht allzu weit weg ist beziehungsweise der Höhenunterschied zu wassergesättigten Bodenschichten nicht sehr groß ist und es da unten im Tal offensichtlich viel regnet. So, die Tatsache, dass wir jetzt hier unseren Tafelberg haben, könnte auch dazu führen, dass da mal eine reguläre Wolke häufiger an dem Tafelberg hängen bleibt, wenn sie sehr niedrig unterwegs sind, die regulären Wolken, und es am Tafelberg mehr regnet oder wie gesagt, das hatte ich am Anfang, anfangs ein bisschen falsch interpretiert, ich mache das übrigens spontan, also ich habe mir da nicht vorher erst so viel, furchtbar viel überlegt, außer dass ich die Bilder ausgesucht habe. Da kann es also sein, dass es durch den Tafelberg durchsickert, das Wasser und dann eben im Übergang dieser Steilwand zum, ich sage jetzt mal, gerölligen, begehbaren Teil des Hangs, da könnte man schon dran rumkraxeln, wenn man das unbedingt wollen würde, dass da Wasser austritt und deswegen eben die üppig grüne Vegetation direkt am Berg zu erklären ist. Denn wenn wir vor den Berg schauen, also in dem Bereich, bevor das Grün losgeht, oder auch gerne rechts im Bild, da seht ihr das Grün, also der Berg fällt ab, am rechten Ende sozusagen, dann gibt es einen grünen Hang und dann wird die Ebene flach und braun, beziehungsweise gräulich, rötlich, wie auch immer ihr diese Farbe nennen wollt, jedenfalls ist da nicht viel grün. Und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass unser Tafelberg hier offensichtlich in irgendeiner Form für mehr Wasser in der Landschaft sorgt. Wir haben nämlich dann im Bereich rechts, also rechten Rand vom Bild, das ist eine Savannenlandschaft. Und eine Savanne, die ist natürlich interessant für große Pflanzenfresser, da wir leider keine großen Pflanzenfresser, sondern große Omnivoren sind. Wir sind auch groß, also rein im Vergleich mit anderen Säugetieren würde man uns zu den eher größeren tatsächlich noch dazu zählen. Klar gibt es noch viel größere, aber so viele sind das gar nicht. Wenn man da mal drüber nachdenkt, die Anzahl der Mäuse, die es weltweit gibt, ist erheblich größer als von den meisten anderen Lebewesen. Nagetiere gibt es insgesamt sehr, sehr viele. Also die meisten Tiere, die meisten anderen Säugetiere auf dem Planeten, es gibt viel mehr, die kleiner sind als wir, viel weniger, die größer sind als wir. Auch wenn es viel sagtbar gibt. Wie auch immer. Jedenfalls, da kommt man schon klar, für uns als Mensch, insbesondere als Europäer, bietet das jetzt erstmal wenig Vorteile. Weil nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nur ein T-Shirt und eine kurze Hose dabei, dann müssten wir sehr darauf achten, dass wir uns langfristig im Schatten aufhalten, weil wir sonst einfach als Europäer mit dem Nachteil unserer hellen Haut hier vor Sonnenbrand nahezu vernichtet werden könnten. Ja, das ist also wichtig, dass wir uns da in der Nähe von Wäldern oder zumindest Buschwerk aufhalten, um einen gewissen Sonnenschutz zu haben, zumindest mittelfristig bis langfristig. Außerdem wäre jetzt hier eben der Bereich um den Berg drumherum, hangtechnischer Art, interessant eben wegen der vermuteten besseren Wasserversorgung. Wohlmöglich könnte da sogar irgendwo ein Bächlein runterkommen, ein kleines Quellchen aus dem Berg entspringen und da gehen wir mal für die linke Wolke im Bild, die linke Interzeptions- Schrägstrich-Transpirationswolke. Da seht ihr so eine leichte, also im rechten Bereich dieser Wolke, so eine leichte Anordnung, die eine kleine Schlucht im Wald sein könnte, die dann da unten in diesen hellen Bereich übergeht, vegetationsfreien Bereich und ganz unten, kurz bevor das Bild zu Ende ist, ist nochmal so ein brauner Streifen in Querrichtung. Das könnte ein ausgetrocknetes Flussbett sein oder zumindest Anzeichen davon, dass da sowas in die Richtung vorliegt. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir jetzt wirklich hier direkt senkrecht runterkrachen würden, könnten wir mal gucken, was wir dann sehen. Dann sehen wir ja auch noch mehr von diesem möglichen weißen Flussbett und da mal hinlatschen und hoffen, dass wenn wir da weiter hochdackeln, den Hang hoch, wir da vielleicht noch einen Rinnensaal finden, das auch noch ein paar Tropfen Wasser bereithält. Das wäre schön, weil das wäre dann durch den gesamten Stein gefiltert und wäre auf jeden Fall Trinkwasser. Wenn wir also sonst nichts über die möglichen Wasserverschmutzungsquellen dieser Landschaft wissen, wissen wir trotzdem, das ist immer so, Quellwasser kann man normalerweise überall auf dem Planeten trinken. Ich sage jetzt normalerweise, auch da mag es hier und da eine Ausnahme geben, aber wenn wir das unmöglich wissen können, müssen wir einfach das Risiko eingehen, das beste Wasser, was wir finden können, zu trinken und das wäre in diesem Fall hier jetzt Quellwasser. Anders schaut es aus mit, wir latschen da hinten zum großen Fluss gezielt dahin und saufen da direkt raus. Solche großen Flüsse in solchen Landschaften sind im Regelfall schwierig zu trinken. Man kann das, also meistens, meistens kann man das irgendwann, wenn sich der Magen-Darm-Trakt daran gewöhnt hat. Da ist allerdings schon mit einer gewissen Kontaminierung durch irgendwelche Mikroorganismen zu rechnen. Wir haben hier eine Landschaft, die eben nun mal hohe Temperaturen aufweist. Also in jeder Pfütze, die hier irgendwie vorherrschen, kann sich alles Mögliche an Mikroorganismen relativ problemlos vermehren, sobald sie ein bisschen Nährstoffe zusammenkratzen können in der entsprechenden Pfütze. Die Böden sind im Regelfall eher nährstoffarm, wenn wir uns im warmen Bereich des Planeten bewegen. Im Regelfall auch nicht immer, aber die Chancen sind höher, dass sie es sind, als dass sie es nicht sind. Sagen wir es mal so. Also, dass sie nährstoffarm sind. Ja, was ist noch interessant? Interessant wäre jetzt noch die Freifläche, die wir rechts vom Berg haben. Da ist offensichtlich irgendwas passiert, was verhindert, dass wir da direkt Vegetation kriegen. Warum ist das interessant? Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Hangwald vor unserem Tafelberg unterwegs sind und da gefühlt jetzt mal alle Pflanzen gesehen haben und da nichts dabei war, was uns bekannt vorkommt oder wo irgendwelche Früchte dran sind, von denen wir denken, dass wir sie essen können, was im Prinzip auch schon saumäßig gefährlich ist. Einfach aus, äh, aus, boah, sieht gut aus, mal in irgendeine Frucht reinzubeißen. Wenn man das in Deutschland machen würde und erwischt zum Beispiel die schöne Belladonna, ähm, also die Tollkirsche, dann, ähm, eine verkraftet man vielleicht noch, vielleicht auch noch zwei und die schmecken nicht mal schlecht, das ist das Tückische, ja, die schmecken nicht unangenehm. Man könnte meinen, die sei nicht giftig, aber wenn du davon ein paar gegessen hast, hast du definitiv ein Problem und du kannst da schneller ein paar von essen, insbesondere wenn du Hunger hast, bevor das Problem eintritt. Das heißt, du merkst es nicht, dass du dich da gerade wohlmöglich so sehr vergiftest, dass du danach zu weiteren Überlebenstätigkeiten nicht mehr in der Lage bist und solche Pflanzen gibt es weltweit in nahezu fast jedem Ökosystem, zumindest, ja, in der Arktis kenne ich keine, aber, äh, wobei, hm, hm, muss auch nichts heißen, nur weil ich die nicht kenne, ähm, muss das nicht bedeuten, dass sie nicht da wäre, aber die meisten arktischen Pflanzen haben einfach nicht die Kapazität, so viel Giftstoffe zu produzieren, ähm, dass man damit sich schneller umbringt, als man aufhört zu essen, sozusagen, ja. Die allermeisten, also die Mehrheit, äh, auch für das ist immer ganz schwierig, wenn man davon weltweit ausgeht, ja, aber die Mehrheit der Giftpflanzen ist nur so giftig, dass man sie im größeren Stil nicht verzehren soll, sprich, die heimische Tierwelt soll lernen, wenn ich dauernd an dieser Pflanze fresse, dann kriege ich Bauchweh, äh, sie muss, nicht jeder Käfer muss sofort nach dem Verzehr des allerersten Bissens von einem Blatt, äh, tot umfallen, so giftig zu sein, ist häufig Ressourcenverschwendung. Gift kostet ja was für die Pflanze, die möglicherweise giftig ist und, äh, das bedeutet dann eben, ja, wenn du viel einsetzt, frisst dich garantiert keiner, wenn du nur ein bisschen was einsetzt, dann werden vielleicht ein paar Bätter angeknabbert, aber dann hören sie auch wieder auf mit Essen, nachdem sie gelernt haben, dass größere Mengen von dir halt dann doch wieder giftig sind und nach diesem Prinzip arbeiten die meisten Giftpflanzen, ja, ganz vorsichtig formuliert, daher kann es eben sein, dass wenn man da eben ein paar Bären von futtert und man merkt, es wird einem langsam übel, dann hört man definitiv wieder auf, aber trotzdem sollte man das nicht versuchen, also es gab da ja diese alten, in alten Survival-Büchern findet man noch den Hinweis mit Genießbarkeitstests, ich habe das auch mal irgendwo als Not-Not-Not-Option, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt vorgestellt, würde ich heute so auch nicht mehr machen, die will es aber auch nicht als 100% falsch deklarieren, wenn dir nämlich wirklich gar nichts anderes mehr einfällt und du sonst überhaupt keine Ahnung hast, das ist natürlich ein Fehler, selbstverständlich sollte man sämtliche Pflanzen kennen, bevor man irgendwo Urlaub macht, sonst macht der Urlaub ja auch gar keinen Spaß, wenn man sich nicht sämtliche Pflänzchen angucken kann, aber sollte man aus irgendwelchen Gründen halt nicht sämtliche Pflanzen kennen, genau genommen gar keine, ja, dann ist nach wie vor der olle Genießbarkeitstest die beste Möglichkeit, die mir einfällt, um irgendein nicht giftiges Grünzeug zu finden, man kann das natürlich noch mit anderen Parametern kombinieren, aber gut ist er nicht, er ist lediglich besser als völliges Random irgendwo reinbeißen, und zwar sieht das so aus, dass man sich erst eine kleine Menge einer Pflanze, ein Stückchen vom Blatt zum Beispiel, auf die Haut schmiert und guckt, ob es innerhalb von Zeit X, meinetwegen zwei Stunden, Hautirritationen gibt, wenn ja, ist die wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut zum Essen, wenn nein, dann kannst du eine winzig kleine Menge vielleicht mal probieren oder mal auf die Zunge legen und gucken, ob was brennt oder sowas in die Richtung, ja, wenn das nicht der Fall ist, machst du mit einer ein bisschen größeren Menge weiter, wartest immer zwischendrin einen gewissen Zeitabstand, das hängt davon ab, wie eilig du es hast, wenn du ganz viel Zeit hast, dann wartest du halt zwei, drei Stunden, wenn du nicht ganz viel Zeit hast, dann musst du halt meinetwegen kürzer machen, schwer zu sagen, wie man das genau jeweils auslegt, es gibt da exakte Vorgaben von verschiedenen Survival-Büchern, nur jetzt mal das grobe Vorgehen erklärt, ja, und dann verdoppelt man halt die Menge, die man gerade gegessen hat und dann verdoppelt man nach X Zeit nochmal die Menge, die man gerade gegessen hat und irgendwann hat man dann so viel von dem Zeug gegessen, dass man davon ausgehen darf, dass man jetzt wahrscheinlich, wenn man ganz viel davon isst, sich nicht umbringen wird beziehungsweise bisher halt keine Symptome gemerkt und so weiter. So, warum ist das trotzdem gefährlich? Weil es halt Pflanzen gibt auf dem Planeten, die so giftig sind, dass man sich mit diesem Test umbringt. Und so kleine Mengen kannst du von manchen Pflanzen gar nicht konsumieren, dass du merken würdest, dass sie giftig sind, bevor du dich damit umgebracht hast. Darum bleibt ein Restrisiko, dass du eben eine solche Pflanze erwischt hast. Das kann man ein bisschen reduzieren, indem man darauf achtet, wo die Pflanze denn steht. Beispiel. Unser Hang hier rechts von unserem Tafelberg, der so auffallend vegetationsfrei ist. Nehmen wir mal an, auf dieser Fläche, die vegetationsfrei ist, weil wir, wenn wir da jetzt hinlaufen, sollten wir da hinlaufen. Das ist die Frage, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, erst wenn wir im Wald gewesen sind und erst wenn wir eine vernünftige Wasserquelle gefunden haben, dann könnten wir Zeit haben, wohlmöglich die alternativen Vegetationszonen, die uns zur Verfügung stehen, abzuchecken. Das wäre einmal die Savanne, wie gesagt, rechts im Bild. Das wäre vor allen Dingen, das Ufer des großen Flusses, ganz, ganz wichtig. Das wäre möglicherweise eben dieser Hangwald hier und eben diese eine vegetationsfreie Fläche. Die kann man sich dann nach und nach schon angucken, wobei diese vegetationsfreie Fläche sicherlich relativ hinten auf der Liste stehen sollte. Der Hangwald ist erheblich interessanter, allein schon wegen Ressource. Mögliche Ressource Wasser, definitiv Holz, auf jeden Fall Schatten, ein gewisses Maß an Kühle, wenn das gerade notwendig ist. Vielleicht ist uns ja heiß, werden wir in diesem Wald finden. Und Wasser auch in Form von einfach was vom Baum tropft. Oder möglicherweise, da wir uns hier ja offensichtlich in irgend so was wie den Tropen befinden, es sind tatsächlich die Tropenspoiler. Wir fangen nämlich in den Tropen an und arbeiten uns nach Norden bzw. Süden weg, in der Reihenfolge, wie wir hier die Bilder durchgehen. Aber, ja, nichtsdestotrotz können wir vielleicht sogar Lianen finden, die man abhacken kann, wo dann das Wasser rausfließt, so wir dann was zum Abhacken haben und so weiter und so weiter. So, aber jetzt nehmen wir an, dass wir im Laufe unserer verschiedenen Vegetationszonen angucken, in der Hoffnung, dort irgendwelche interessanten Ressourcen zu finden, dass wir dann irgendwann auf diese Kahlfläche kommen. Und auf dieser Kahlfläche ist nichts, außer eine auffallend bunte Blume mitten auf der Fläche in hoher Zahl, also dass überall auf der Fläche neben keiner weiteren Vegetation nur diese eine Blume rumsteht. Und diese eine Blume hat verdächtigerweise keinerlei angefressene Blätter, blüht perfekt, ist wunderschön, etc. pp. Dann ist die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so tödlich giftig, dass niemand, und zwar auch keine Insekten, auf die Idee kommen, diese Pflanze anzuknabbern. Man sollte es dann also nicht davon ausgehen, dass diese eine Pflanze jetzt hier nur deswegen so einsam rumsteht, damit man sie als Mensch sofort einsammelt und auffuttert, sondern das genaue Gegenteil der Fall ist. Das sind vielleicht noch so als kleine Ergänzende, Oh Gott, das wird ein langer Beitrag. Ich habe gedacht, das mache ich mal schnell. Ja, egal. Jedenfalls, wir gehen irgendwann später, früher oder später zum großen Fluss. Warum? Naja, weil die Landschaft ansonsten sehr, sehr trocken ist und sicherlich diverse Tiere an den großen Fluss kommen wollen. Da können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen, was für Tiere es dann da gibt. So, jetzt sollte man immer davon ausgehen, wenn man so gar keine Ahnung hat, dass es da auch gefährliche Tiere geben könnte. Zum Beispiel Flusspferd oder Krokodil. Krokodil, theoretisch. Kein Schimmer, weil ich weiß ja auch nicht genau, wo wir da sind, aber das sind so zwei mögliche Vertreter, die man am Wasser eher meiden sollte. Das heißt, wir bewegen uns da langsam und vorsichtig hin, allerdings nicht leise. Der Feind kommt leis, der Freund kommt laut, ist so ein Grundsatz, den man berücksichtigen sollte, wenn man sich in Gegenden mit unbekannter Tier und oder Menschenwelt bewegt. Wenn du irgendwo in ein Dorf kommst und da jemanden um Hilfe bitten möchtest oder sonst wie, dann solltest du dich nicht heimlich nachts in Kamouflage ins Dorf schleichen, um dann aus einer Hecke aufzutauchen und bei jemandem durchs Küchenfenster zu spähen, um um Hilfe zu bitten, sondern offen reinlatschen, allen Leuten fröhlich zulächeln und winken, so man nicht in einem Land ist, wo winken als beleidigende, obszöne Geste gilt. Das muss man halt vorher wissen, wenn nicht riskieren, dass winken meistens als positiv wahrgenommen wird. Mindestens im Zeitalter der Emojis, da sind ja auch winkende Emojis dabei, werden hoffentlich die meisten Menschen begriffen haben, dass für den Rest der Welt winken, was Positives ist. Das Lächeln sollte allerdings wirklich überall als nett empfunden werden, soweit ich weiß. Ich war ja auch nicht überall. Gut, jedenfalls Flussufer, wahnsinnig interessant. Warum? Naja, da wird hin und wieder mal leichte Schwankungen des Wasserstands haben. Das bedeutet, ein Fluss lagert immer anlang seines Ufers mehr Nährstoffe ab und das ist insbesondere in einer nährstoffarmen Landschaft, die wir in den Tropen immer haben, weil wir ja wissen, weil wir ja schlau sind und mein Video hier geguckt haben, meinen Diavortrag, Entschuldigung, dass grundsätzlich der Tropengürtel unseres Planeten aus sehr alten Landmassen besteht. Sehr alte Landmassen bedeutet, dass da die Böden auch sehr alt sind. Böden, die sehr alt sind, haben im Laufe ihrer Jahrtausende bis Jahrmillionen, die sie existieren, sehr viel ihrer ursprünglich mal drin enthaltenen Nährelemente, Calcium, Kalium, Magnesium und sonstiges Zeug, worauf Pflanzen und Tiere abfahren, verloren und, ja, bedeutet, Nährstoffe sind knapp. Und wenn dann ein Fluss durch dieses Land fließt, der aus einem Gebirge kommt, wo der Stein immer mal wieder weiter abgerieben wird, wo vielleicht mal ein neuer Stein runterfällt, wo mal ein Stein in den Fluss fällt, dann sind das Quellen von zusätzlichen Mineralien, die da im Fluss landen, die sich dann im Verlauf des Verlauf dieses Flusses an den Seiten und am Grund des Flusses ablagern. Insbesondere, da wir hier dankenswerterweise im Flugzeug noch sitzen, bevor wir jetzt endlich abstürzen und wir sehen können, dass der Fluss einen sehr flachen Verlauf hat. Also hier ist kaum eine Änderung der Höhenmeter erkennbar und das bedeutet, der wird langsam unterwegs sein und wenn er langsam unterwegs ist, dann sedimentiert er und erodiert kaum. Also das ist auch so ein Grundsatz. Je schneller der Fluss, desto schneller schneidet er sich ein in den Fels, auf dem er fließt. Je langsamer er ist, desto überhaupt nicht schneidet er sich ein, sondern desto mehr Sand und anderes Feinmaterial lagert er ab und baut sich nach und nach eine Sandbank und lagert Material an. Und das ist interessant für viele Pflanzen neben dem Fluss, weil sie auf diesem Wege als einzigen Punkt in der Landschaft davon ausgehen dürfen, dass da besonders viele Mineralien verfügbar sind. Und das bedeutet, Pflanzen, die besonders schnell wachsen und es sich leisten können, weil viele Mineralien verfügbar sind, diese dann auch möglicherweise, das muss nicht so sein, das kann ich euch nicht garantieren. Ich werde auch nie beweisen können, dass das stimmt. Aber die Chance, dass man da Pflanzen findet, die essbare Früchte, essbare Samen hervorbringen, ist einfach erheblich höher als in diesen sehr, sehr kargen Landschaften. Da kann es das auch geben, selbstverständlich, das ist nicht ausgeschlossen. Allerdings, wenn was dranhängt, dann nur wenig. Und weil das was dranhängt, gegebenenfalls sehr wertvoll, ist es das häufig durch irgendwas beschützt. Also entweder fiese Dornen oder eben böses Gift. Fiese Dornen wäre für uns nicht so schlimm, weil wir haben ja einen opponierbaren Daumen im Laufe der Zeit hervorgebracht. Und wenn wir mit unserem Daumen vernünftig umgehen können, sind wir in der Lage, durch stachelige Sachen hindurch zu greifen, ganz vorsichtig, um dort irgendwelche Beeren rauszufischen, wissen dann aber immer noch nicht, ob wir die essen können. Daher ist am Fluss immer eine gute Idee. Teilweise gibt es am Fluss auch völlig harmlose Viecher, die man relativ einfach erjagen könnte, wenn man dann irgendwie jagen könnte. Das muss man natürlich auch anderweitig noch mal noch erlernt haben. So einfach ist das nie, dass man das einfach so kann. Aber wenn man angenommen irgendwelche Jagdskills hätte, dann wäre man in der Nähe vom Fluss definitiv auch gut aufgehoben. So, die Tatsache, dass es da eben diese lustigen Dampfwölkchen gibt, verrät uns eben auch, dass wir jetzt mit einem tropischen Regenwald oder zumindest Ausläufern davon zu tun haben, bedeutet, auf der anderen Seite vom Fluss im Wald zu verschwinden, so wir dann korrekt gecheckt haben, ob der Fluss denn nun gefährlich ist oder nicht, wovon wir jetzt einfach mal rausgehen. Und wir vielleicht einen Weg gefunden haben, da trotzdem halbwegs heile rüber zu kommen. Und ansonsten wäre es jetzt wieder diese Risikoanalyse. Lohnt es sich zu versuchen, über Nilpferde und Krokodile springend den Fluss zu überqueren, um auf der anderen Seite in einem quasi tropischen Regenwald zu landen, in dem dann der Jaguar hockt und einen auffrisst. Oder der Königstiger oder... Nein, an dieser Stelle garantiert nicht. Aber ja, was auch immer. Jedenfalls, nö, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ich würde vermutlich, also davon abgesehen, da wir ja gleich mit dem Flugzeug abstürzen, man bleibt immer bei dem Fahrzeug, mit dem man verunglückt ist, wenn man mit einem Fahrzeug verunglückt ist. Das ist so ein wesentliches Gesetz des Überlebens nach dem Absturz, nach dem Zusammenbrechen des Bobbycars oder was auch immer, dass man beim Vehikel bleibt. Und das bedeutet, am ehesten ist diese Bergwald für uns interessant in diesem Szenario. Wenn wir nicht mit Rettung rechnen, müssen wir natürlich zurück in die Zivilisation. Dazu gibt es auch eine weltweite Regel, wie man zurück in die Zivilisation kommt. Nämlich, man folgt dem nächsten kleineren Gewässer, das man irgendwie finden kann. Wenn du gar keine Ahnung hast, läufst du einfach geradeaus. Dann orientierst du dich am Sonnenstand oder am Mondstand, dass die Sonne bzw. der Mond immer auf die gleiche Schulter scheint, also immer z.B. auf die linke Schulter. Und wenn du immer auf mehr oder weniger den gleichen Winkel zur Sonne einhältst, dann läufst du zumindest schon mal nicht im Kreis. Das ist auch schon mal ein wesentlicher Vorteil. Das passiert erstaunlich schnell, insbesondere wenn man in einer Situation ist, wo man den Himmel nicht sehen kann, was im Wald der Fall wäre. Und sobald du dementsprechend ein Wasser findest, egal wie du das geschafft hast, dann wirst du diesem folgen, Strom abwärts. Dann wird aus einem kleinen Wasser irgendwann ein großes Wasser, aus einem großen Wasser irgendwann ein sehr großes Wasser und spätestens an sehr großen Wassern siegeln irgendwann Menschen, wenn man denen immer schön weiter runter folgt. Sollte man bei der Gelegenheit dann dummerweise an ein ganz, ganz großes Wasser, sprich Ozean, kommen, dann läuft man halt die Küste in die eine oder andere Richtung so lange entlang, bis man dann halt jemanden findet, der an der Küste siedelt. Also das sind so universelle Vorgaben, gilt weltweit und immer, wenn man zurück in die Zivilisation finden möchte. Wenn man unterwegs eine Straße findet, ist glaube ich selbst erklärend, dass dann vielleicht der Straße zu folgen auch eine Option wäre oder an der Straße zu warten, bis ein Auto vorbeikommt. Aber in Landschaften wie diesen, wo es das tatsächlich kaum gibt, also ich kann auf diesem Bild immer noch nicht wirklich erkennen, ob es hier irgendwelche Anzeichen von Zivilisationen gibt. Also ganz da hinten schon, ganz hinten hinterm Tafelberg in diesen großen braunen Streifen sozusagen, da gibt es scheinbar irgendwo ein bisschen Gebäude. Also wenn man die jetzt im Fern der Ferne gesehen hätte, könnte man auch versuchen, dahin zu gelangen. Das wird auch schon wieder sehr, sehr schwierig, weil von hier aus die Orientierung bis da einzuhalten, wenn wir durch einen tropischen Regenwald, auch wenn es kein sehr hoher ist, durch müssen, das könnte interessant werden. So, aber so viel zur Analyse dieser Landschaft. Ah, nee, doch nicht. Eins habe ich noch vergessen. Unten in der Bildmitte sehen wir noch so ein paar Felsen, die da im Grün liegen. Die sind ein deutliches Anzeichen dafür, wie die Verwitterung unseres Tafelberges hier vonstatten geht. Das heißt, da brechen immer mal wieder größere Steine aus der Felswand raus und poltern dann den gesamten Hang runter und bleiben dann da unten liegen. Das passiert nicht allzu häufig. Woher wissen wir das? Naja, es gibt keine Schneisen im Wald. Dementsprechend wird das schon eine Weile her sein, dass da das letzte Mal was runtergepoltert ist. Wäre also ein Lagerplatz am Fuße dieser Felswand lebensgefährlich, weil man Angst haben müsste, dass da bald ein Stein runterpoltert. Naja, muss eben jeder selber entscheiden, letzten Endes. Ich würde schon empfehlen, wenn wir hier jetzt in der Nähe vom Abflugzeugwrack bleiben wollen und das Flugzeugwrack nicht zufälligerweise ein tolles Schelter darstellt, dann wäre ein Aufenthalt, was bei den Temperaturen nicht unbedingt der Fall sein müsste, kann auch sehr heiß da drin werden. Dann wäre auf jeden Fall dieser Hangwald oder die Nähe zu diesem Hangwald eine ganz gute Sache, so man dann da noch eine halbwegs ebene Fläche für einen brauchbaren Lagerplatz findet. Gut, genügend zu dem Bild. Wir machen mal das zweite jetzt endlich. Puff! Und der Meinecke schnappt uns wieder am Kragen, fliegt uns mit seinem Meineckekopter, Gemeineckekopter, was auch immer, in der Gegend rum und schmeißt uns jetzt hier wieder raus. So, hier sind wir jetzt in einer anderen Situation, dass wir bereits am Erdboden vermutlich angekommen sind. Vielleicht hocken wir auch noch halb auf einer Palme. So genau kann ich das hier gar nicht erkennen oder stehen auf der Veranda einer Safari Lodge, die es da vielleicht wohl möglich geben könnte. So, wir kurbeln wieder das Fenster, so wie wir eins haben, runter und gucken mal, wie die Temperaturen so sind und die Temperaturen sind überraschenderweise immer noch relativ warm. Dafür müssen wir nicht mal das Fenster runterkurbeln, weil wir sehen hier rechts im Bild, schön ins Bild reinragen, einen offensichtlichen Palmwedel. So, Palmen gibt es weltweit nur in Tropen bis Subtropen und ab der gemäßigten Zone, hier hat dem übrigens, wie man die jeweiligen Klimazonen unseres Planeten definiert. Das ist auch gar nicht so einfach und da muss man sich auch auf irgendeine Definition einigen, bevor man weiß, worüber man spricht. Ist auch egal, aber, also eigentlich nicht egal, eigentlich werden deswegen Köpfe eingeschlagen. Aber trotzdem, Palmen gibt es nur in warmen Regionen, die keinen nennenswerten Winter aufweisen. Also keinen Winter mit Frost zumindest. Es ist mir zumindest keine Palme bekannt, die nennenswert Frost hat, langfristig Frost hart wäre und auch harte Winter überstehen würde. Ja, also jetzt kann man sagen, ja, aber in Deutschland wachsen inzwischen auch Palmen in diversen Gärten. Ja, mit Abdeckung im Winter und mit dem Risiko, dass sie irgendwann kaputt gehen. Davon abgesehen, wachsen die nicht besonders hoch und besonders groß und wären überhaupt nicht konkurrenzfähig, wenn du sie zwischen vier Rotbuchen stellen würdest, zum Beispiel. Ja, also wir müssen immer beim Vorhandensein von Pflanzen unterscheiden, kann man die unter menschlicher Obhut möglicherweise im Freiland irgendwie anbauen, wenn man gut drauf aufpasst. Das ist das eine. Können sie im natürlichen Ökosystem dieser Landschaft, dieser Region auf dem Planeten existieren, ohne dass man auf sie aufpasst und sie vollständig der Konkurrenz durch andere Pflanzen und andere Tiere vor allen Dingen da komplett dem Ganzen ausgesetzt sind und da fallen dann ganz viele Pflanzen wieder weg. Hier sind aber offensichtlich Palmen in der Lage langfristig zu überleben. So, jetzt ist es ganz interessant, wenn wir uns mal hier den Bereich im Vordergrund des Bildes, die untere Hälfte quasi angucken, sehen wir eine durchaus mit verschiedenen Pflanzen bewachsene Fläche, die allerdings nicht sehr dicht bewachsen ist. Ist das natürlichen Ursprungs oder ist das jetzt irgendwie durch den Menschen verursacht? So, und wenn wir in der Bildmitte mal gucken, linke Bildhälfte, dann scheint da so ein Zaun am Wasserloch entlang, also hinterm Wasserloch entlang zu gehen. An diesem Zaun wachsen auch nochmal so ein bisschen höhere Büsche und dieser Zaun sieht irgendwie verdächtig aus. Ist die Frage, ob es überhaupt ein Zaun ist oder ob das nicht irgendwelche Stämme sind von den Büschen, die man da mal abgesägt hat, aber zumindest links im Bild würde ich schon davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich doch um einen Zaun handeln würde. Das bedeutet, der Zaun verhindert, dass Tiere von hinterm Zaun, vor dem Zaun, kommen oder zumindest findet das einigermaßen, so dass wir wahrscheinlich die hier direkt vor uns liegende Vegetation in Form einer Beweidung erleben. Dass die also hin und wieder mal von großen Mengen Tier zurückgebissen wird oder alternativ fährt er da Besitzer hin und wieder mal mit seinem Mäh-Racer drüber und sorgt dafür, dass da ein bisschen gemäht wird. Denn hinter dem Zaun scheint die Vegetation etwas dichter zu sein, etwas, nicht viel. Wir haben es also mit wahrscheinlich demselben Boden und ähnlichen Wuchsbedingungen zu tun. Der große Unterschied ist einfach der, dass auf der einen Fläche die Tiere halt drauf können und auf der anderen Fläche die Tiere halt eben nicht drauf können. Kann auch sein, dass innerhalb des Zauns, also von uns aus gesehen, außerhalb des Zauns, also wenn wir drüber gesprungen wären, da eigentlich die natürliche Vegetation vorliegt. Und, äh, nee, umgekehrt. Ja, das ist eben schwer zu sagen. Entweder wir haben die Tiere da, wo wir gerade stehen oder die Tiere sind da, wo wir eben nicht stehen. Und in jedem Fall ist hier weniger Vegetation, was auf mehr Tiere hindeuten würde. Also entweder wird hier geweidet und außerhalb vom Zaun sozusagen nicht mehr. Ja, oder der wird hier irgendwie anderweitig kurz gehalten. Aber jedenfalls haben wir es hier nicht mit einer 100% natürlichen Landschaft zu tun, wie wir einfach anhand dieses Zauns erkennen können. So, was haben wir hier für Bäume? Wir haben zunächst mal Palmen. Wie gesagt, die weisen darauf hin, dass wir uns in einem tropischen Gebiet befinden und Palmen sind weltweit interessant, weil sie Palmherzen enthalten. Wenn du also eine junge Palme findest, die nachwächst, das ist hier eher schwierig. Neben der dritten Palme von uns aus gesehen, also die Blätter, die da ins Bild reinragen, mitgezählt, steht eine kleine, links daneben steht eine kleine mini baumartige Pflanze. Baumartig sage ich jetzt mit Absicht, Palmen sind keine Bäume botanisch gesehen. Und die ist schon zu groß. Aber theoretisch gibt es da zumindest irgendwas, was nachwächst, auch wenn das vermutlich gar keine von den Palmen ist, sondern wäre sie nämlich schon bereits sehr viel dicker. Dann können wir eine Palme gut erkennen, sobald sie ein gewisses Maß an Alter erreicht hat, nicht viel, hat sie schon einen dicken Stamm. Die kann nämlich nicht im Alter noch dicker werden, sondern muss eben quasi, sobald sie die Basisdicke erreicht hat, durch Aufquellen der Stammzellen, Stamm in Anführungszeichen, genau genommen hat sie nämlich keinen richtigen Stamm, weil dafür bräuchte sie ja ein sekundäres dicken Wachstum, was sie nicht hat. Egal. Jedenfalls eine junge Palme hat einen ganz anderen Aufbau, als das bei einem jungen Baum der Fall ist und in der Mitte vom primären Palmwedel, also dem Palmwebel, der quasi die komplette Palme ausmacht, bei dem jungen Exemplar. Da können wir ein Palmenherz finden. Ich gucke mal, dass ich dazu noch ein Bild finde. Na gut, nicht das Bild, was ich mir gewünscht habe. Aber offensichtlich sind Palmenherzen essbar. Sonst googelt das doch einfach nochmal selber, sonst kommen wir hier auch wirklich einfach nicht voran. Das ist also schon mal etwas, was man bei allen Palmen wissen muss. So ziemlich fast jede Palme, die ein Palmenherz ausbildet, auch nicht jede Palme bildet ein Palmenherz aus, aber die, die es tun, bei denen ist das Palmenherz essbar und durchaus nahrhaft. Ansonsten wissen wir das, was hier mit einer Landschaft zu tun haben, die auf jeden Fall nicht unter großem Wassermangel zu leiden hat. Erstens, weil sich ein Tümpel bilden kann. Ein Tümpel kann sich gar nicht erst groß bilden, wenn wir eine Landschaft haben, die das ganzjährig unter Wassermangel leidet. Außerdem ist sie dann nicht so grün. Bedeutet, hier brauchen wir uns erstmal keine großen Sorgen wegen Trinkwasser zu machen. Apropos, können wir denn diesen Tümpel hier trinken? Auf gar keinen Fall, weil dieser Tümpel hat offensichtlich einen Haufen Wasserpflanzen drin, so ein schöner Kreis rundum, so irgendwas, was so ein bisschen entfernt an Entengrütze. Wer erinnert, das wäre auch durchaus jetzt interessant für denjenigen, der hier jetzt gerade vom Meinecke ausgesetzt worden ist, zu diesem Tümpel mal hinzulaufen und sich da mal so eine Hand von diesen Wasserpflanzen rauszuschöpfen oder sich die zumindest mal genauer anzugucken, weil vielleicht erinnern die nicht nur an Entengrütze, sondern sind sogar Entengrütze. Entengrütze wäre dankenswerterweise zu den Pflanzen zu zählen, die weltweit zu finden und weltweit essbar sind, dazu gehören. Man sollte sie vorher im besten Fall noch kochen, weil man ja eben das Wasser, also wenn du eine Wasserpflanze aus Nicht-Trinkwasser rausholst und die dann futterst, obwohl du das Wasser nicht trinken würdest, ist das ein bisschen dumm. Daher wäre da in diesem Fall Abkochen angesagt, beziehungsweise man könnte auch das Tümpelwasser vermutlich, na, nein, würde ich nicht unbedingt einfach so aus Tümpelwasser abkochen, weil im Tümpel können, also das kann auch was anderes als Entengrütze sein, nämlich irgendein Algenzeugs. Wenn es nämlich Algenzeugs ist, dann können da toxische Algen dabei sein und wenn du die kochst, dann zerplatzen die Algenzellen, das ist prima, dann ist die Alge tot, aber das ist eben auch wiederum nicht prima, weil das Gift, was in den Zellen drin war, ist dann halt einfach im Wasser. Nur weil die geplatzt sind, ist das Gift nicht kaputt und das ist normalerweise hitzestabil und das bedeutet, also zumindest oft genug hitzestabil, dass man es nicht ausprobieren sollte, das heißt man vergiftet sich mit der Brühe trotzdem, obwohl man sie abgekocht hat. Mit Wasserfilter wäre das hier eine erheblich sichere Angelegenheit, weil dann hält man die Zellen ja nur draußen und sprengt sie nicht gleich automatisch, wodurch das Gift im Wasser landet. Also filtern ja, abkochen nein und wenn es Entengrütze ist, die Entengrütze selber abkochen und dann kann man davon ausgehen, dass in der Entengrütze selber ja keine weiteren Cyanobakterien oder Algen leben, das wäre ja Quatsch. Das heißt, das kann man dann schon, so geht das schon, da muss man sich keine Sorgen machen. So, in der Bildmitte steht ein vermutlicher sogar Nadelbaum. Sieht zumindest so aus. Das wäre jetzt hochgradig interessant. Da vielleicht sogar hinzulaufen, zumal er nicht weit weg ist, um mal zu gucken, ob es sich wirklich um einen Nadelbaum handeln könnte. Von Vux her, Habitus genannt in der Fachsprache, wäre es einer. Das hätte den großen Vorteil, dass die meisten Nadelbäume, auch wieder nicht alle, irgendeine Form von Harz haben und Harz ist natürlich super, wenn wir irgendwie Feuerland machen müssen, weil die meisten Formen von Harz, die so weltweit auftreten, sind irgendwie brennbar. So, jetzt ist das hier eine warme Region. Die Chancen, dass das so ein richtig, richtiger Nadelbaum sind, sind allerdings gar nicht mal so groß. Wir sehen übrigens links im Bild, mal abgesehen von der Palme, noch einen normalen Laubbaum, in Anführungszeichen. Der hat relativ große Blätter. Das ist auch ganz interessant. Man kann anhand der vorhandenen Vegetation, die man in der Landschaft so findet, grundsätzlich aus der Größe der Blätter der vorherrschenden Vegetation, meistens, auch hier wieder keine Allgemeinheit, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, darauf schließen, dass der Wasserhaushalt der Landschaft relativ groß sein dürfte. So, und wenn wir uns jetzt die Wiese vor dem Baum mal näher angucken, den wir gerade angeguckt haben, dann stellen wir fest, da scheint es so eine tiefere Stelle zu geben und da sieht das Gras anders aus, wie zum Beispiel auf dem Hügel, der hochführt zum Tümpel. Sodass ein Hügel hochführt zum Tümpel, weist darauf hin, dass dieser Tümpel gar nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern hier ein Wall um den Tümpel angelegt worden ist, der Tümpel also künstlich. Ja, was auch wieder interessant ist, nicht unbedingt für die Qualität des Tümpels, sondern eben, dass die Zivilisation nicht allzu weit, weit weg sein kann. Also selbst, und anhand des Zauns. Also selbst, wenn wir jetzt hier nicht sowieso schon auf der Veranda von irgendeiner Safari-Lodge stehen, kann man da seine Rückschlüsse draus ziehen. Welcher natürliche Prozess soll denn diesen Ring, der hier um den Tümpel geht, bitte schön aufgeschäufelt haben? Da fällt mir uns verreckend nichts ein, es sei denn, das ist ein ehemaliger Vulkankrater und dafür ist er ein bisschen klein. Das war ein Spaß. Kommt auf keinen Fall in Frage, das ist niemals ein Vulkankrater, bevor man mich jetzt hier falsch versteht. Schön an diesem Bild ist außerdem noch, wie wir sehen können, wie anhand des Zauns, des mutmaßlichen Weidezauns, eben auch deutlich höhere Bäume stehen, auch dann gerade später weiter. Also der Fluss, das Bächlein, macht hier vermutlich einen Knick nach hinten, genau in der Bildmitte hinter unserem Nadelbaum und zieht sich dann nach hinten in die Tiefe hinein. Da sind die Bäume definitiv ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir es hier mit einem Wasserlauf zu tun haben. Direkte Verfügbarkeit von fließendem Wasser sorgt für so ziemlich jeden, mindestens Laubbaum, aber auch bei Nadelbäumen dafür, dass die an der Stelle deutlich höher wachsen wie in der Umgebung. Da sind in der Umgebung allerdings gar keine stehen. Tja, das kann auch nicht natürlichen Ursprungs sein, weil hier im Vordergrund stehen ja vereinzelte Laubbäume rum. Ja, also mindestens Palmen und der links von uns, eben dieser Laubbaum und dann haben wir ja noch den mysteriösen, vermutlich Nadelbaum. Sodass die da jeweils separat rumstehen, ohne besonders klein zu sein, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Landschaft potenziell Wald tragen kann. Wir sehen auch hinten links im Bild diese einzelne Palme, die da rumsteht. Auch die ist erheblich größer als alles andere weiter drumherum und rechts von der Palme kommt auch nochmal ein besonders großer, etwas separat stehender Baum noch unterhalb vom Gebirge. Das sind alles so einzelne große Bäume, die deutlich darauf hinweisen, dass wir hier einen absoluten menschlichen Einfluss in der Landschaft feststellen können. Die kann so nicht natürlich sein. weil wenn es hier einen natürlichen Grund gäbe, weshalb auf dem Großteil der Fläche gerade keine Bäume stehen, dann müsste das dazu führen, dass die Bäume, die da sind, klein wären. Es gibt keinen natürlichen Prozess, der zwischen Waldwachstum nicht möglich, Waldwachstum nicht möglich, Waldwachstum nicht möglich, ein Baum kann aber gut wachsen. So, dann wieder Waldwachstum nicht möglich, Waldwachstum nicht möglich, ein Baum kann gut wachsen. Sowas gibt es nicht. Die sind einfach deswegen noch da, weil man sie nicht gefällt hat und die anderen hat man schon gefällt vor langer Zeit und man hat seitdem auch verhindert, dass neue Aufwachsen eben, wie gesagt, zum Beispiel durch Beweidung. Natürliche Waldgrenzen, wo also ökologische Faktoren dafür verantwortlich sind, dass da keine Bäume wachsen, führen dazu, dass die Bäume immer niedriger, immer niedriger, immer niedriger und dann irgendwann weg sind. Das heißt, du kannst keine einzelnen großen Bäume in einer Landschaft finden, die nicht ursprünglich mal bewaldet oder zumindest stark mit Bäumen bewachsen, auch wenn es vielleicht nicht ganz für den Wald reicht gewesen wäre, insbesondere wenn die Bäume signifikant höher als 10 Meter sind. So, das vielleicht auch nochmal so als genereller Tipp zwischendurch. Wir haben es hier also mit einer Kulturlandschaft zu tun. Wer es also jetzt noch nicht begriffen hat, dem sage ich es jetzt nochmal deutlich. Hilft uns das als Survivler weiter? Angenommen, die Zombies haben oder der Meinecke hat alle gefressen. Entschuldigung. Sorry, Fritz. Das macht halt Spaß. Man muss ja immer nach oben pieksen und ganz oben, also zumindest aufrufetechnisch und Fame-mäßig bist halt du. So, wie auch immer jedenfalls. Ja, das heißt, selbst wenn hier keiner mehr wohnt, ist es eine gute Idee, in einer Kulturlandschaft unterwegs zu sein. Das kann schon so sein, weil hier verwildertes Gemüse möglicherweise irgendwo im Grünzeug zu finden ist. Sehen tun wir hier keins, aber diese kleinen Bäumchen hier, die da immer mal wieder dazwischen stehen. Wer weiß, ob das nicht vielleicht zum Teil Obststräucher sind. Auch ich kenne mich nicht ausreichend mit der Vegetation der Tropen und Subtropen aus, um das mit Sicherheit ausschließen zu können. Das dürfte fast jedem Mitteleuropäer so gehen, denn da ist die Artenvielfalt unglaublich viel höher als bei uns. Bei uns haben wir unsere 1500 Gefäßpflanzen in Gesamtdeutschland, wenn du die kannst, oder so haben es nur 1500 Pflanzen, sogar nicht nur Gefäßpflanzen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls, es sind vergleichsweise weniger, man kann die alle auswendig können, das kannst du in den Tropen vergessen. Kein Mensch kann sämtliche Pflanzen der Tropen kennen, oder auch nur eines tropischen Landes. Das geht einfach nicht, da ist einfach die Artenvielfalt, botanisch wie faunistisch, viel zu hoch, und, ne, geht nicht. Wie auch immer, jedenfalls haben wir da eine gewisse Chance, allerdings haben wir andererseits vermutlich verunreinigteres Trinkwasser, als das unbedingt sein müsste, weil wenn hier eben häufiger Weidetiere unterwegs sind, dann könnte es natürlich auch sein, dass unser Bachte da hinten durch die Vegetation angedeutet ist, durch Fäkalien verunreinigt ist von den diversen Tieren, die hier mal unterwegs waren. Ist die Frage, wie lange ist das her? Wie viel hat seitdem geregnet? Wie viel ist der Austrag? Wie viel ist der Eintrag? War lange genug nur Austrag und kein Eintrag mehr? Dann geht das Wasser irgendwann wieder. Trotzdem ist Fließgewässer immer stehenden Gewässern vorzuziehen. Das heißt, der Bach, der da hinten angedeutet wird, ist auf jeden Fall die bessere Wasserquelle als unser Tümpel hier im Vordergrund. Macht Sinn, da hinten in die Berge umzuziehen. Wir sehen auch da, dass es eine Kulturlandschaft ist, nämlich der linke von unseren, ich sage jetzt mal, drei Gipfeln mehr oder weniger in der Bildmitte, ganz links, da seht ihr, die eine Hälfte des Berges ist quasi gerodet, da hinten im Nebel noch andeutungsweise zu erkennen. Auf der Rückseite scheinen noch Bäume zu stehen. Das kann auch nur, weil das auch mehr oder weniger eine gerade Linie ist, Richtung Gipfel hoch, sehen wir eine gerade Rodungslinie. Das können nur Menschen gewesen sein. Wenn wir hier also sonst nichts weiter an Zivilisationssignalen gefunden hätten, wäre auch das möglicherweise was, was man ansteuern kann, in der Hoffnung, dass man da in der Nähe, niemand wird so eine große Fläche Wald roten, und dann das Holz auf gigantisch lange Strecken bis zum nächsten Dorf zu transportieren. Das muss also irgendwie in der Nähe einer Straße oder einer anderen Transportmöglichkeit zum nächsten Dorf gewesen sein. Daran kann man sich also auch prima orientieren, um dann in die Zivilisation zurückzufinden, so man nicht einfach dem Weidezaun folgt, was nochmal geschickter vermutlich wäre, da der bestimmt zu irgendeiner Straße oder Ähnlichem führen dürfte. So, ja, ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Aber wir haben hier so ziemlich alle vorkommenden, rezenten, baumförmigen Pflanzen auf einem Bild vereint. Da kann ich vielleicht nochmal ganz grob sagen, Nadelbäume haben den Vorteil, meistens brennt das Holz etwas leichter an, weil es Harz enthält, so ist dann Harz enthält. Haben hervorragendes Material, in den meisten Fällen nicht jeder Nadelbaum, muss man auch ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt eben welche sind, die theoretisch so mindestens ein bisschen giftig sein könnten. Es gibt natürlich auch ein paar, die richtig tödlich sind, Eibe beispielsweise, oder ob es sich eben um eine Pinatsähe handelt, also ein Kieferengewächs im weiteren Sinn. Die sind sogar grundsätzlich durch die Bank alle essbar. Nicht, dass sich das lohnen würde, weil die Samen zum Teil viel zu winzig sind, als dass man da irgendwie auch nur ansatzweise von satt werden könnte, wenn man sich die Mühe macht, sie zu sammeln. Aber die sind dann natürlich auch schönes Baumaterial, insbesondere eben auch die Nadeln als Polstermaterial für irgendwelche Matratzen oder so. Das weiß sogar der Hugo, abgesehen davon, dass er nicht weiß, dass es Tannen auf Neuseeland nicht gibt. Die kleine Seffen-Versus-Wald-Anspielung ist mir hoffentlich verziehen, wird mir hoffentlich verziehen in Sochem. So, nächstes Bild. Ja, wenn wir jetzt hier gespawnt sind, hier mitten im Dschungel, in Anführungszeichen, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Ich habe hier ausnahmsweise mal den Text vom Bild dringelassen. Typisch rostroter Ferazol-Boden der Tropen in Praslin, also offensichtlich auf den Seychellen. Und ja, das ist ein Problem, das ich eben auch nochmal angesprochen haben wollte, weil wir ja schon über den tropischen Regenwald im Hintergrund geredet haben. Wir haben auch im Tropenbereich fast überall eben Böden, die so ähnlich aussehen wie dieser hier. Ein Ferazol gehört somit zum schlechtesten, was es so gibt, was die Bodenfruchtbarkeit angeht. Da ist nichts mehr drin, außer Eisen. Und das Eisen, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt, was macht es dann? Ja, rosten. Und da haben es ja also quasi mit einem weitestgehend aus Rost bestehenden Boden zu tun. Bisschen Siliziumdioxid und Rost hilft uns also nur begrenzt weiter. Wenn wir Eisenmangel haben, können wir gerne dran schlecken. In allen anderen Fällen nicht hilfreich. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Pflanzen, die hier wachsen, alle unter gewissem Nährstoffmangel leiden, weil da eben außer Eisen nichts mehr drin ist. Das bedeutet, das ganze Zeug, was hier zum Beispiel rechts im Bild, die ganzen abgestorbenen Palmwedel und so weiter und so fort am Boden rumliegt, das enthält Reste von den letzten wertvollen Nährstoffen, die in diesem Ökosystem noch vorhanden sind. Die werden von den Bodenbewohnern, den oberen Bodenbewohnern, weiter tief unten im Boden wohnt niemand mehr. Das heißt, wenn du hier so eine Straße reingräbst, das ist totes Material. Der Boden ist völlig tot, so tief unten, wie hier dieser Hang vermuten lässt. Wie auch immer, jedenfalls, das wird recht schnell umgesetzt, sofort von den nebendran stehenden Pflanzen wieder aufgenommen. Und Nährstoffe müssen auf jeden Fall immer recycelt werden und dürfen nicht aus der Landschaft ausgetragen werden. Weshalb man mit solchen Rinnen wie dieser Straße hier durchaus einen großen Schaden in der Natur verursachen kann, weil das zu einer Erosionsrinne werden kann, nicht muss, kann. Ja, heißt, sind wir mitten in sowas abgesetzt worden, dann folgen wir logischerweise der Straße, wenn wir eine haben. Haben wir keine, gibt es tatsächlich keine mir bekannte Möglichkeit, so man nicht ganz tolle Fähigkeiten hat, weil man in so einem Dschungel aufgewachsen ist. Zum Beispiel anhand der Rufe bestimmter Vögel, die auf das Vorhandensein eines Wasserlaufs hinweisen, wie das Juliane Köpke gekonnt hat, als sie damals im Dschungel abgestürzt ist und als Einzige das Ganze überlebt hat mit, ich glaube, 14, 17, 17, naja, jedenfalls sehr jung, sich da selbst rausretten konnte, weil sie eben wusste, welcher Vogel, unter anderem wegen eisernem Willen und weil sie wusste, welcher Vogel darauf hinweist, wo der nächste Wasserlauf ist. Sie hat nämlich nichts gesehen, weil sie eine Brille braucht, die ist beim Sturz, Absturz kaputt gegangen. Ich hatte da neulich erst was drüber erzählt, versehnert ihr euch. Wie auch immer, jedenfalls spektakulär, was die Frau da geleistet hat, wirklich, wirklich eine der tollsten Survival-Leistungen der Menschheit bisher. Also irgendwo definitiv da weiter oben einzuordnen. Gut, jedenfalls haben wir es hier in so einer Situation sehr, sehr schwierig, irgendwie die Orientierung beizubehalten. Da ist natürlich dann ein Kompas schon recht nützlich, einfach um nicht im Kreis zu laufen und sonst, ja, geradeaus gehen, bis man einen Wasserlauf findet, dem Wasserlauf folgen, bis man einen größeren Wasserlauf findet, dem Wasserlauf folgen, bis man und so weiter. Wir haben es eben schon angesprochen. Ich wollte einfach nur auch mal ein Bild gezeigt haben, das keine große Aussicht bietet. Und eben generell, wenn ihr euch ein Loch grabt oder ein bisschen Boden zur Seite schaut und entdeckt hier diesen roten Untergrund, der ist wirklich auch sehr häufig in tropischen Regionen, dann braucht ihr auch gar nicht davon auszugehen, dass ihr hier furchtbar viele Obstbäume findet. Wenn es überhaupt welche gibt, das ist schon möglich, aber dann nur ganz sporadisch hier und da mal vereinzelt. Also ihr werdet nicht jeden dritten Baum rausfinden, dass das jetzt eine Mango ist und man sich da jede Menge tolle Mangos oder was auch immer schnappen kann. Das wird nicht passieren. Also geht mal lieber nicht davon aus, auch wenn tropische Regenwälder solche Obstbäume beherbergen, denn die gibt es da schon, verschiedene Sorten davon, würde man besser nicht davon ausgehen, dass man da allzu viel von findet. Man kann da auch, wie heißt es, Jurca zum Beispiel finden. Ist glaube ich auch eine potenziell essbare Pflanze, allerdings eben auch nur, wenn man sie richtig zubereitet. Im rohen einfach so reinbeißzustand auch wieder giftig. Also für uns sehr, sehr schwierig. Vielleicht das zweitschwierigste Szenario, neben dem anderen Bereich, sehr weit am Rand von unserem Planeten. Hier sind wir ja genau mittendrin eigentlich streng genommen. Also tropischer Regenwald, sehr, 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 sehr schwierig. Übrigens, die Baumartenvielfalt ist so hoch, dass jede Baumart etwa circa statistisch gesehen 1,5 Mal pro Hektar vorkommt. Das heißt, bedeutet, es besteht eine gute Chance, dass man auf dem gleichen Hektar, so 100 Mal 100 Meter, nicht einmal, nicht zwei Exemplare derselben Baumart findet. Also, das ist wirklich unvorstellbar, wie hoch da die Artenvielfalt allein schon bei den Bäumen ist, die ganzen kleineren Pflanzen, gar nicht mitgerechnet. Bedeutet, man kann in dieser Region nicht jede Pflanze kennen. Das ist völlig unmöglich. Es sind einfach viel zu viele. Man kann sehr viele Pflanzen kennen, man kann die nützlichsten Pflanzen kennen, wenn man sein Leben lang da wohnt und da aufgewachsen ist und das von der Stammesältesten gelernt hat, zum Beispiel. Das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, sondern mit großem Respekt. Diejenigen, die da ihr Leben lang gelebt haben, die wissen da vieles. Wir haben keine Chance als Raus da. Also eine andere Empfehlung kann ich da auch wirklich nicht geben, so man sich nicht speziell darauf vorbereitet hat, genau in so einer Region jetzt sein, keine Ahnung, wenn wir es Urlaub nennen wollen, Urlaub zu machen. Ja, und damit reisen wir weiter in die nächste Ecke und das Wortchen Beschreibung da unten könnt ihr ignorieren. Das ist ein Platzhalter, dem ein Schnittprogramm da einfügt, wenn ich das nicht extra rausmache, damit da gar nichts steht. So, ja, wir sind jetzt offensichtlich in einer Ecke, wo es ein bisschen kühler ist, was wir sehen, weil links im Bild liegt ein bisschen Schnee. Oder zumindest sieht es so aus, als würde da ein bisschen Schnee liegen. Ich kann mir aber auch nicht erklären, was das sonst sein soll. Also wird es vermutlich wirklich ein bisschen Schnee sein, es sei denn, es ist ein sehr weißes Gestein. Gehen wir einfach von ein bisschen Schnee aus, spaßeshalber. So, das ist eine Landschaft, die uns vielleicht ein bisschen mehr an daheim erinnert, ist nicht bei uns daheim. Das sehen wir dann, wenn wir uns mal die Pflanzen im Bildvordergrund angucken, die dadurch so ein giftiges Grün auffallen. Also zum Beispiel im Hintergrund der Nadelbaum, dieser eine prominente Nadelbaum, mehr oder weniger in der Bildmitte, da gibt es noch mehr von der Sorte, aber das Ding fällt ein bisschen auf, das ist eine Kiefer. Das weiß man, wenn man sich mit Kiefern ein bisschen beschäftigt. Relativ lichte Krone, mehr oder weniger nur so grüne Büschel dran, relativ hoch, relativ nicht sehr tief reichende Äste, braucht viel Licht, steht voll im Licht, um überhaupt so eine große Krone ausgebildet zu haben, Merkmale weltweit, die für Kiefern gelten. Alle Kiefern haben essbare Samen, theoretisch praktisch, meistens völlig für den Heimer, weil sie viel zu klein sind, als dass sich das Sammeln lohnen würde, aber in der Theorie. So, die Tatsache, dass da eine Kiefer, die uns an unsere heimischen Kiefern erinnert, vorkommt, bedeutet, dass wir uns schon so ein kleines bisschen in einer Klimazonebewegung, die unserer nicht ganz unähnlich ist. Aber, wenn hier jetzt eben nicht diese interessante giftgrüne Vegetation im Vordergrund wäre, die auch teilweise so ein bisschen wie kugelige Büsche aussieht, insbesondere hier rechts im Bild, vorne rechts, neben diesem Busch, der an einen, ja, entfernt an eine Weide oder eine Hasel von uns daheim erinnert, da nebendran ist ein relativ kugeliger Busch. So, und diese kugeligen Büsche, beziehungsweise dieser dichte Filz aus diesem gelblichen Grün, giftigen Grün, das ist Hartlaubvegetation. Ja, das kann ich auch auf die Ferne erkennen. Ihr hättet wahrscheinlich ein paar Schritte näher hinmachen müssen und mal so ein Blatt in die Hand nehmen. Wenn ihr so ein Blatt in die Hand nehmt, dann stellt ihr fest, das fühlt sich so ungefähr an wie der eine Baum, der das bei uns tut, Ilex Aquifolium, die Stechpalme, wer die kennt. Und ansonsten Buxus benjamini oder irgendeine Form von Gummibaum, Kirschlorbeer, Rhododendron, sucht euch was aus, das ist alles Hartlaubvegetation. Das heißt, die haben relativ dicke, fleischige Blätter, die sich so ein bisschen anfühlen, als wären sie wahlweise mit Plastik übergossen oder eben mit Wachs eingepackt. Letzteres ist tatsächlich der Fall. Die haben eine dicke Cuticula, das ist im Grunde ein Wachs, was da drumherum angebracht ist. Das dient dazu, dass sie halt eben möglichst wenig Feuchtigkeit nach außen verlieren. Das Blatt soll also in mehr oder weniger alle Richtungen wasserdicht sein, mit kleinen Ausnahmen. An der Blattunterseite befinden sich immer ein paar Öffnungen, sogenannte Stomata oder Spaltöffnungen genannt, hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man sich an Biologieunterricht erinnert. Und dadurch ist ein gewisser Gasaustausch möglich. Aber so ein massives, so ein kompaktes, so ein dickes Blatt, das kostet natürlich viele Ressourcen, um hergestellt zu werden. Das heißt, solche Blätter jedes Jahr abzuschmeißen, wäre eine dumme Idee, ökologisch gesehen, also Energieverschwendung quasi, den Aufwand zu betreiben, so feste Blätter zu machen, dann halten sie nur ein Jahr. Dafür werden die eben die meiste Zeit am Busch gelassen. Ich sage jetzt absichtlich nicht Baum. Bäume haben wir hier nicht, mediterranoide Hartlaubbäume. Also die sind Formen von diesem Vegetationstyp, den wir hier vorne sehen. Das ist mediterranoide Hartlaubvegetation. Würde ich zumindest sagen. Bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist auch für mich ein Stück weit mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten bei diesen Fotos. Daher sowas in die Richtung. Darunter haben wir offensichtlich auch einen kargen Boden. Das können wir hier im Vordergrund in diesem Loch sehen. Der Boden ist gelblich, sehr hell und hat so einen leichten Touch ins Rötliche, je nachdem, wo man hinguckt. Das bedeutet, es ist jetzt kein Ferralsohl, wie wir gerade gesehen haben. Also dieser reine Rostboden. Aber die rötlichen Partikelchen oder rötlichen Bereiche, die wir da finden können, da ist sehr wohl eben auch wieder Eisenoxid dran beteiligt an der Farbgebung. Der gelbliche Teil, der entsteht weitestgehend zum Beispiel durch Tonmineralien. Allzu viele werden es trotzdem nicht sein. Für einen richtig fruchtbaren Boden kann man grob sagen, je schwärzer der ist, desto besser wird es. Und wenn man einen richtig fruchtbaren Boden hat, plus dazu noch Niederschlag, dann darf man auch mit vielen essbaren Pflanzen rechnen. Hat man das nicht, hat man einen eher mageren Boden, dazu eher wenig Niederschlag, dann muss man eher damit rechnen, dass die meisten Pflanzen, die man da finden kann, zumindest keinen nennenswert nicht mehr. Und dann kann man das nicht mehr mit den grünen Pflanzenteilen aufweisen. Vegetativ, jetzt egal. Wie auch immer, jedenfalls, das heißt, wir haben es hier mit einer insgesamt sehr trockenen Landschaft zu tun. Das sehen wir einerseits eben an diesem Boden, der wird auch sehr ausgetrocknet sein, wenn wir hinlaufen und den anfassen. Da wird sich mit Sicherheit wahnsinnig trocken anfühlen und diese Pflanzen sind eben darauf spezialisiert, in trockenen Böden klarzukommen. Trockene Böden, die trotzdem meistens eine gewisse Saisonalität aufweisen. Also diese Hartlaubvegetation ist einfach der Zeiger für, es gibt eine feuchte Zeit, einmal im Jahr, wo es einigermaßen feucht ist, wo auch viel Niederschlag auf einmal runterkommen kann, aber danach eben eine sehr lange Trockenzeit, wo man sehr lange aushalten muss, um eben auf die nächste nasse Jahreszeit zu warten. Da wir hier auch Kiefern haben, wie wir sie von zu Hause kennen und die Landschaft insgesamt, auch wenn wir da in den Hintergrund gucken, so ein bisschen so aussieht, als wäre es nicht allzu weit weg von uns, ist es im Übrigen das Kalifornien, südliches Kalifornien. Also schon die in Richtung Subtropenübergang, Ecke von Kalifornien und auch nicht sehr weit oben in den Bergen. Wie auch immer, jedenfalls, hier weiß ich es zufällig, weil ich es mir gemerkt habe, ich habe bei den meisten Bildern keine Ahnung mehr, wo die genau aufgenommen worden sind. Wie auch immer, das deutet darauf hin, dass wir hier mit Wassermangel zu rechnen haben und wenn wir hier sehr lange überleben müssen, einen Teil des Jahres eben allerdings mit sehr viel Wasser von oben zu rechnen haben. Bedeutet, wir kommen hier in der Trockenzeit an, dann können wir davon ausgehen, dass wir uns in der Trockenzeit ein wirklich schönes, regendichtes Dächlein für die nicht mehr so trockene Zeit am besten basteln oder irgendwie konstruieren sollten, so wir dann nicht vorhaben, da weg zu müssen. So, jetzt ist die Frage, müssen wir denn da weg? Bisher waren wir in den vielfältigeren tropischen Landschaften durchaus, wären wir wahrscheinlich durchaus in der Lage gewesen, da eine Zeit lang klar zu kommen, so wir dann in der Lage sind, da irgendwie an was Essbares ranzukommen, weil wir ja keine Ahnung von den örtlichen Pflanzen haben. Hier, beziehungsweise dann im tropischen Regenwald, da hätten wir rausgemisst, weil wir da überhaupt nicht zurechtkommen und da vermutlich auch alles Mögliche an Vielzeug dabei ist, was uns auf die Dauer und auf die Keks geht. Hier kann man jetzt schon sagen, dass das eigentlich eine habitable Zone darstellt. Das heißt, der Mensch kann damit den Möglichkeiten, die er als Mensch hat, durchaus eine Zeit lang überleben. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt noch ein guter Jäger, das sind Landschaften, bei denen man durchaus davon ausgehen darf, dass da viele Tiere unterwegs sind. Es gibt eine hohe Vielfalt verschiedenster Vegetationen, das heißt, es ist für jeden was dabei. Es sind zum Teil auch relativ alte Landschaften, es wird nicht allzu kalt, also allein durch Kälte, das kann nicht, weil sonst würde auch hier wieder diese Hartlaubvegetation nicht vorherrschend sein. Dann kann also, ein superkalter Winter kann es nicht geben, es kann schon mal ab und zu ein bisschen Frost geben, zu viel Frost würde dann auch wieder nicht funktionieren, aufgrund der Form der Blätter, die da dranhängen und in dieser Form ja auch durch den Winter gebracht werden müssen. Wenn der Winter sehr, sehr kalt wäre, dann werden diese dicken, fleischigen Blätter der Hartlaubvegetation nicht in der Lage, den Winter zu überstehen, weshalb wir hier also davon ausgehen dürfen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Allein, weil es diese Vegetation gibt, ist hier nicht mit starken Minusgraden zu rechnen. höchstens mal maximal, absolut maximal und absolut ausnahmsweise sehr unwahrscheinlich, vielleicht mal zweistellig minus, gerade so, also minus 10, minus 11, sowas um den Dreh, ja, trotz der Höhenlage, weil die Pflanzen sind ja trotzdem da. Ja, der Wasserbereich, beziehungsweise die Wassersättigung der Landschaft langt aber auch, dass es einzelne, richtige baumförmige Bäume gibt, die das ganze Jahr über offensichtlich Wasser benötigen, die eben nicht diese enorme Wassersparblätter haben, wie es bei den Kiefern beispielsweise der Fall ist. Jetzt hat eine Kiefer auch eine Nadel statt einem Laubblatt und ist damit deutlich besser angepasst als der Laubbaumbusch, den wir vorne rechts im Bild haben. Wieso der an dieser Stelle klarkommt, das ist jetzt die große Frage. Der hat keine besondere Anpassung an ständig sich wechselnde beziehungsweise periodisch wechselnde Feuchtigkeitsbedingungen und deswegen sollten wir uns den mal näher angucken, was der bitte schön für besondere Eigenschaften hat, weshalb der da überhaupt vorkommt. Das könnte dann mal ganz interessant sein, dass das irgendwas ist, was dann nur temporär mal kurz wächst und dadurch vielleicht besondere Eigenschaften hat und irgendwie damit klarkommt, zum Beispiel das eine Nicht-Hart-Laub-Vegetationsgerät zu sein, was wir hier in dieser Landschaft finden. Bedeutet, die Blätter sind vermutlich mit irgendwelchen Giftstoffen ausgestattet, dass sie nicht sofort von jedem gefressen werden, der keinen Bock auf besonders harte Blätter hat. Andererseits ist wahrscheinlich irgendwas in Richtung Weide, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht, was Salix-artiges. Das wäre dann wieder spannend, weil sämtliche Salix-Arten weltweit Salizilsäure enthalten und das ist ja bekanntermaßen meines Wissens eine Vorstufe von Aspirin und kann eben, wenn man auf der Rinde rumkaut, schmerzlindernd wirken und gleichzeitig blutverdünnen. Wer dementsprechend irgendwelche Probleme hat, sollte dann mit dem Zeug wieder vorsichtig sein. Macht es Sinn aus dieser Perspektive, die wir ja haben, groß wegzuspazieren von dort, wo wir uns gerade befinden? Naja, kommt drauf an, wir müssten mal einen Blick nach rechts werfen, wir müssten mal einen Blick nach links werfen, vielleicht sind wir hier auf einem Bergrücken, das ist eigentlich keine so schlechte Position. Wenn wir allerdings jetzt davon ausgehen müssen, dass bei Starkregenereignissen von oben sehr viel Wasser runterkommt, müssen wir davon ausgehen, die Landschaft gibt es nicht her. Die Landschaft gibt nur her, dass wir hier links dann einen Knick, ein Stückchen runter gehen, von uns aus gesehen, einen Knick in der Landschaft haben, wo dann vermutlich eben mit einer erhöhten Wasserhäufigkeit zu rechnen ist. Das sehen wir auch wieder an der Höhe der Vegetation. Der Busch in der Bildmitte unterhalb von unserer Kiefer ist ein bisschen höher als unser Busch rechts im Bild. Das scheint dieselbe Pflanze zu sein. Dass der also in der Bildmitte höher ist, könnte eben daran liegen, dass da, wie gesagt, habe ich ja schon erklärt, je höher die Pflanze, desto besser die Wasserversorgung. Insbesondere, wenn wir es hier mit zwei Pflanzen derselben Art zu tun haben, und das eine Exemplar ist deutlich größer als das andere, kann das ein gutes Indiz sein, dass eben dieser Knick in der Landschaft hier ein kleiner Bachlauf ist. So, wenn das ein kleiner Bachlauf ist und da vermutlich sogar ein kleines bisschen Wasser plätschert, oder zumindest innerhalb der Regenzeit, in Anführungszeichen, beziehungsweise des Winters in dieser Landschaft, hätten wir da auch schon ein ganz gutes Gewässerchen gefunden. Selbst wenn das nur ein ganz kleiner Bach ist, gibt die Vegetation der näheren Umgebung nichts her, weshalb man vermuten müsste, dass hier ein größerer Eintrag von irgendwelchem Zeug ins Wasser stattgefunden haben sollte, was uns davon abhält, das so zu trinken. Also nehmen wir mal an, anhand dessen, was wir auf diesem Bild hier sehen können, da wäre ein kleiner Bach, dann würde ich den so trinken, ungefiltert. Da sehe ich jetzt keinen Grund, soweit man das eben anhand dieses eines Bildes erkennen kann. Natürlich guckt man sich noch weiter um. Aber soweit sehe ich erstmal keinen Grund, das Wasser da zum Beispiel nicht zu trinken. Ja, die Kiefer sind natürlich wieder interessant wegen Harz, die anderen Bäume wohlmöglich interessant wegen anderer Eigenschaften. Wie schaut es mit Nahrung aus? Müssen wir damit rechnen, da allzu viel zu finden? Tatsächlich gibt es den einen oder anderen Strauch in der Gruppe der Hartlaubgewächse, der durchaus essbare Früchte hervorbringt. Zum Beispiel so eine Olive. Aber die sind mengenmäßig auch nicht sehr häufig. Das heißt, pflanzliche Nahrung wäre hier auch eher ein bisschen schwierig. Vielleicht dazu nochmal ein kleiner Blick zurück auf eine andere Landschaftsform, beziehungsweise, ne, das kriegen wir eigentlich in der nächsten Vegetationsform, kriegen wir das ganz gut. Gehen wir doch einfach mal eins weiter. Ja, hier haben wir es jetzt mit Kugelbusch-Vegetation zu tun. Kugelbusch heißen die deswegen, weil sie eigentlich müssten sie Halbkugelbusch heißen. Unterirdisch sieht der Wurzelraum vielleicht so ähnlich aus. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand das mal mit dem Archäologenpinsel so weit ausgebuddelt hätte, dass man sich das genau angeguckt hat. Vielleicht hat es auch jemand getan und ich weiß es einfach nur nicht. Schwer zu sagen. Jedenfalls Kugelbüsche, beziehungsweise Halbkugelbüsche genau genommen, sind darauf zurückzuführen, dass eine Kugel, beziehungsweise eben eine Halbkugel, im Verhältnis zu ihrem Volumen nur eine sehr kleine Oberfläche hat. Das heißt, wenn man an einem Ort wohnt, wo es besonders trocken ist, dann möchte man vielleicht eine besonders kleine Oberfläche haben, um nicht so viel Fleuchtigkeit zu verbrauchen, damit man halt eben länger was von hat, wenn man mal ein bisschen Wasser aufgenommen hat. Es kann übrigens auch umgekehrt funktionieren. Bestimmte Tiere haben eine besonders große Oberfläche als Kühlung, weil sie unter der Hitze mehr zu leiden haben als unterm Wassermangel. Zum Beispiel der Fennec. Wer den nicht kennt, googelt ihn mal. Das ist der Wüstenfuchs. Das ist Füchslein, kleine Füchslein mit riesigen Ohren. Tolles Tier, sehr niedlich, wie auch immer. Jedenfalls gibt es da verschiedene morphologische, insbesondere hinsichtlich der Größe, Anpassungen, die dabei helfen, in einem ziemlich trockenen Lebensraum klarzukommen. So, als ich das Bild hier ausgewählt habe, ist meine Frau kurz vorbeigeschlichen am Rechner und hat gemeint, oh, ist das ein Flusstal. Und da musste ich jetzt lange noch drüber nachdenken, also völlig ohne drüber nachzudenken, war ihr persönlicher erster Einblick, das sei ein Flusstal. Weil man sieht hier ja unten am Boden diese, ja, ich meine jetzt mal von links nach rechts oder rechts nach links verlaufenden Steinwelle in Anführungszeichen. Das könnte also jetzt entweder tatsächlich der Spülsaum eines Sees sein, der, in dem der Fotograf steht, wäre aber sehr unwahrscheinlich. Könnte auch sein, dass hier einfach Wasser fließt und das deswegen da so abgelagert wird, wenn es mal zu einem seltenen Regenereignis kommt in dieser Landschaft. Könnte auch sein, dass das Überbleibsel einer Straße sind, dass man hier mal einfach hin und her gefahren ist und sich dadurch das irgendwie abgelagert hat. Könnte Winderosion sein, aber dafür sind die Teile zum Teil zu groß. Wobei, wenn es sehr starker Wind ist, na, kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Ja, gewissermaßen etwas rätselhaft und ist es wahrscheinlich, dass es hier häufiger zu starken Niederschlagsereignissen kommt und dann das Gebiet, wo der Fotograf gerade steht, wo wir gespawnt sind, meine ich, überschwemmt wird? Glaube nicht. Ja, Kugelbuschvegetation ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie regelmäßig unter Wasser steht und wenn wir uns diesen Boden hier mal näher angucken, das haben wir ja auf diesem Bild dankenswerterweise auch zur Verfügung, dass wir uns den Boden schön anschauen können, dann stellen wir fest, der ist rötlich. Wir haben also wieder sowas in die Richtung des Feralsols, das wir ja schon kennengelernt haben. Bedeutet, wir haben es hier mit vielen Eisenoxiden zu tun, möglicherweise noch Manganoxide dabei. Wir haben offensichtlich gar keinen Feinboden oder fast keinen Feinboden. Höchstens mal da so in den Bereichen so ein bisschen zwischen den einzelnen Steinen, dass sich da so ein kleines bisschen sandartiges Material ablagern kann. Sehen wir auch hier schön ganz gut im Vordergrund. Jede Menge Kies, also Kies ist alles, was größer ist als 2 x 2 mm. Das ist definiert als Kies bzw. Skelett, wenn es sich im Boden befindet. Aber wir können es einfach mal Kies nennen für unsere Zwecke. Und davon ist vergleichsweise viel vorhanden und nur ganz wenig Feinmaterial. Und das Feinmaterial, das da ist, scheint grobes Feinmaterial zu sein. Das bedeutet, dass dieser Boden kaum Wasser speichern kann. Wenn es hier also mal regnet, dann müssen die Pflanzen, die hier überleben wollen und auch die Tiere theoretisch, so schnell wie möglich das Wasser aufnehmen, bevor es versickern kann. Weil versickern wird es vermutlich entweder ziemlich schnell oder es gibt sehr schnell eine oberflächliche Pfütze. Und das hilft den Pflanzen auch nicht wirklich weiter, weil sie können ja keine Wurzeln in die Pfütze hochstrecken, sondern sie müssen halt warten, bis das in der für sie erreichbaren Bodenschicht durchläuft und bis es dann wieder weg ist und dann in der Zeit, in der es halt noch verfügbar ist, so schnell wie möglich Wasser aufnehmen. Das bedeutet, irgendeine Form zur Wasserspeicherung, um durch die lange niederschlagsfreie Zeit zu kommen, ist halt eben wichtig. Und das ist umso wichtiger, je weiter unten man hier in der Landschaft steht. Wie wir sehen, haben wir nach hinten rein einen ansteigenden Landschaft bzw. Richtung Fotograf ein Gefälle. Interessant ist, dass es scheinbar nach hinten rein irgendwie ein bisschen besser zu werden scheint mit der Feuchtigkeit. Denn hier haben wir noch viele Bereiche von völlig kahlem Boden, wo gar nichts wächst. Die Kugelbüsche in der Mitte natürlich, aber es gibt eben auch kahle Bereiche. Gucken wir weiter nach hinten Richtung des Berges, der da ziemlich abgeschnitten ist. Hügel, wir wissen ja nicht wie hoch der ist, allzu hoch wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber da wird es besser. Da finden wir keine komplett vegetationsfreien Zonen mehr. Das heißt, wir haben hier Andeutungen oder Ansätze, ich habe kein besseres Bild dazu gefunden, einer sogenannten Inversionswetterlage oder Kellerklima. Normalerweise ist es so, in den meisten Zonen des Planeten, dass wenn du irgendwo hochsteigst, wird es kalt. Wenn du runtersteigst, wird es wärmer. Wenn du hochsteigst, wird das Wetter intensiver. Wenn du runtersteigst, wird das Wetter eher etwas milder. Es gibt Ecken, beziehungsweise andersrum. Oben ist es meistens trockener, wenn man jetzt den Wasserhaushalt der Böden und so weiter berücksichtigt. Unten meistens feuchter, soll heißen. Der Fluss ist unten im Tal und auf der Bergspitze stehst du selten im Wasser. Es gibt aber Regionen des Planeten, wo das eben andersrum ist, wo die Tatsache, dass Berge eben als Hindernis zur Wolke fungieren, das hat man auch auf Bild 1 ein bisschen ja schon angesprochen und angedeutet, dass dann in der Nähe des Berges tatsächlich ein bisschen mehr Niederschlag runterkommt und dieses bisschen mehr Niederschlag für eine völlig andere Vegetation sorgt als 30 Höhenmeter weiter unten. Und in dem Fall würden wir von einem sogenannten Kellerklima sprechen, wenn quasi die lebensfeindlichen Bereiche im Tal sind und nicht auf dem Berggipfel und umgekehrt auf dem Berggipfel mehr Wasser verfügbar ist als im Tal. Das prominenteste Beispiel aus Deutschland für eine Region mit Kellerklima ist der Nationalpark Elfs-Sandsteingebirge oder Sächsische Schweiz. Da sind ja diese Sandsteinsäulen überall rumstehend mit den tiefen Schluchten dazwischen. In den Schluchten ist es kälter als oben. Unten in den Schluchten findet ihr Nadelbäume, obendrauf stehen die Laubbäume, die eigentlich eher wärmeangepasst sind und dementsprechend normalerweise unterhalb der Nadelbäume kommen. Im Elfs-Sandsteingebirge ist es umgekehrt. So etwas Ähnliches haben wir hier eben auch. Auch in vielen Trockengebieten gibt es das, dass es sinnvoll sein kann, nicht in einem tiefen Ort der Landschaft nach Wasser zu suchen, sondern an einem hohen Ort der Landschaft nach Wasser zu suchen. Gilt aber auch wirklich nur in solchen Ecken. Normalerweise gilt, wenn du runterläufst, kommt irgendwann der Bach und da findest du Wasser. Hier andersrum. Tendenziell. Muss auch nicht stimmen. Aber gucken wir zum Beispiel mal von der Bildmitte nach oben, dann sehen wir, dass diese dem Hügel im Hintergrund vorgelagerte Landschaft so eine kleine Senke macht. Und in dieser Senke, da finden wir zum Beispiel diverse grüne Sträucher, die sich da so ein bisschen nach hinten in den Hintergrund Richtung Berg ziehen. Das heißt, da ist so eine Mini-Mulde. Und diese Mini-Mulde in der Nähe vom Berg oder im Einflussbereich des Berges sorgt dafür, dass sich da zumindest so viel Wasser sammelt, dass wir da ordentliche grüne Sträucher haben, die es so im Vordergrund kaum gibt. Es könnte sein, dass dieser eine auffallend grüne Strauch, links im Bild, oberes Drittel, dass der auch so einer ist, wie die Sträucher, die wir weiter hinten offensichtlich in größerer Zahl haben. So, jetzt könnte man also meinen, okay, diese Sträucher weisen also darauf hin, dass da offensichtlich eine bessere Wasserversorgung herrscht. Das ist auch so. Aber reicht das? Bringt uns das jetzt was, wenn wir da hinlaufen und sehen, oh ja, toll, da gibt es eine bessere Wasserversorgung? Wohl möglich zur Trinkwasserversorgung nicht wirklich. Was man machen könnte, wäre, also du wirst da keine Pfütze finden mit tollem, fast durchsichtigen Trinkwasser. Das gibt es da nicht. Was man aber machen könnte, wäre vielleicht, diese Blätter zu kauen, die wir da finden, da das offensichtlich scheinbar, also anhand der Farbe, anhand der Struktur, soweit wir das von hier erkennen können, mit hinlaufen, wäre natürlich mehr geholfen. Könnte es sein, dass das durchaus Blätter sind, die nicht unbedingt unangenehm zu essen sind, die auch nicht giftig sind. Das wissen wir natürlich nicht genau. Es ist immer ganz gefährlich, sowas. Aber wenn man verzweifelt ist und wirklich nicht mehr weiter weiß, würde ich am ehesten noch diese Blätter da vielleicht ein bisschen kauen wollen. Ja, in der Hoffnung, dass da einfach Wasser drin ist. Ein Blatt, insbesondere wenn es kein Hartlaubblatt ist, wie die, die wir eben besprochen haben im letzten Bild, enthält immer zu einem großen Anteil Wasser. Und das können wir auch durch den Marken beim Essen dieser Blätter ein Stück weit sorbieren. Also, in allergrößter Not kann man sich von Salat nicht unbedingt satt Sitt trinken. Sitt ist ja das bescheuerte Wort, oder? Heißt das so? Ja, ich glaube, Sitt ist das bescheuerte Wort für nicht durstig, das offiziell im Duden steht, wie auch immer. Jedenfalls, es wäre ein Versuch wert, da mal hinzugehen und sich das mal anzugucken, wenn man hier großen Durst hat. Außerdem könnte es sein, dass im Schatten dieser auf bessere Wasserversorgung hindeutenden Pflänzchen wiederum andere Pflänzchen zu finden sind, die dann vielleicht eine essbare Wurzel haben oder die aufgrund der deutlich besseren Wachstumsbedingungen vielleicht sogar irgendwas wie Beeren ausbilden, von denen wir wieder nicht wissen, ob die giftig sind oder nicht. Also, selbst mit viel Wissen in diese Richtung, ohne die exakte Kenntnis der Pflanzenart, die wir hier antreffen, kann man mit Sicherheit niemals sagen, ob die essbar ist oder nicht. Das geht halt einfach nicht. Außer vielleicht, es handelt sich um eine Gattung, beziehungsweise Familie von Pflanzen, ja Gattungen oder Familien, bei denen man sich sehr sicher sein kann, dass die quasi nur essbare oder nur halbwegs verwertbare Exemplare hervorbringen und es bisher weltweit keine Ausnahme gegeben hat. Und wenn doch, dann diese eine Ausnahme, müsste man halt dann zusätzlich noch lernen. Ja, das ist ja dieses Dirty Dozen-System vom Joe Vogel, was er in seiner pflanzlichen Notnahrung entsprechend beschreibt. Das kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen, dieses Buch mal, wenn man dann irrigermaßen mit dem Joe klarkommt, gelesen zu haben. Das ist wirklich das beste System weltweit, irgendwie pflanzliche Notnahrung zu finden, das mir jeweils untergekommen ist. Nicht vielleicht, es ist das Beste. Jedenfalls erheblich besser als dieses sogenannten Genießbarkeitstest, die, wie gesagt, wenn man gar nichts weiter weiß, vielleicht noch die allerletzte Lösung, bevor man per Zufall wo reinbeißt sein könnte, aber auch wirklich nur dann. Also nochmal, keine Empfehlung, ausdrücklich keine Empfehlung. Ja, das ist eine Naturlandschaft. Das ist vielleicht auch für uns ganz interessant zu wissen, dass wir hier keine Anzeichen von menschlicher Besiedlung finden können, außer vielleicht diese komischen Rillen im Boden, die vielleicht mal eine Straße waren. Da würde ein schneller Blick nach links oder rechts wahrscheinlich weiterhelfen. Können wir jetzt nicht machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal so davon aus, dass wir hier keine Spuren menschlicher Besiedlung finden können. Was wir stattdessen finden, ist eine sehr natürliche Vegetationsentwicklung, weil die Bäumchen, die hier stehen, es gibt ja ein paar, die sind eindeutig nur sehr klein. Und sie stehen vereinzelt. Und das ist eine natürliche Waldgrenze. Also hier ist es einfach zu trocken, als dass ich hier ein ganzer Wald hätte ausbilden können. Das Wasser reicht nur an günstigen Stellen für ein vereinzeltes Bäumchen oder mal bestenfalls hinten links im Bild eine kleine Baumgruppe. Und das war es dann auch schon wieder. Wäre die Wasserversorgung besser, hätten wir hier vermutlich auch eine Waldlandschaft oder zumindest eine Gebüschlandschaft. Aber da das nicht der Fall ist, weisen gerade eben diese spärlichen Bäumchen eindeutig darauf hin, dass wir es hier mit der natürlichen Vegetation zu tun haben. Und das bedeutet wiederum, wenn wir hier nicht bleiben wollen, das kann ich nur empfehlen, hier nicht bleiben zu wollen, weil hier mit Sicherheit langfristiges Überleben aufgrund von Wassermangel ziemlich schwierig sein dürfte, dann müssen wir da weg. Und wir müssen möglicherweise ziemlich weit weg, weil hier keinerlei Anzeichen irgendeiner menschlichen Besiedlung darauf hinweist, dass in nächster Umgebung irgendein Dorf oder sonst was wäre. Also auch das ist wichtig, dass man den Level der Urwald oder Urnatur erkennen kann. Je Urnatur, desto unwahrscheinlicher, dass in der Nähe jemand wohnt. Je mehr offensichtlicher Einfluss des Menschen, desto sicherer, dass in der näheren Umgebung jemand wohnt. Weshalb du in Deutschland auch keine Urnatur findest, weil immer in der näheren Umgebung jemand wohnt. Es gibt keine Stelle von Deutschland, wo nirgendwo, also weit genug weg, niemand wohnen würde, dass da irgendwie Urnatur oder sowas in die Richtung realistisch wäre. Hier hingegen schon offensichtlich. Wo auch immer das ist. Ja, wie schaut es mit Tieren aus? Ist auch schwierig, weil die müssen ja auch sich von irgendwas ernähren. Und mindestens die eine Hälfte der Tiere kann sich nicht von, beziehungsweise Raubtiere können sich nur dann von anderen Tieren ernähren, wenn die ganzen Salatfresser genügend Salat zu fressen finden. Und das dürfte hier auch sehr schwierig sein, weil die Kugelbuschvegetation vermutlich kaum irgendwas nennenswert Nährstoffmäßiges enthält. Und auch ein größeres Tier, also wir gehen jetzt mal von größeren Tieren aus, Insekten gibt es da mit Sicherheit. Aber größere Tiere schwierig, weil, wie gesagt, die müssen ja auch irgendwo ihr Wasser noch herkriegen. Das heißt, die müssen irgendwie ein Wasserloch kennen oder sich von so viel saftigem Grünzeug, der eine saftig grüne Busch, ernähren, dass das auch wieder einigermaßen funktioniert. Also, falls ihr es noch nicht selber erraten habt, die Tatsache, dass eine Pflanze saftig grün aussieht, weist auch auf einen besseren Wassergehalt, als so eine gelblich halb vertrocknete Vegetationsform hin. Also, das ist kein Zufall, dass der eine Busch, der hier offensichtlich mehr Wasser hat, leckerer, in Anführungszeichen saftiger ausschaut, als die ganze spezialisierte Kugelbuschvegetation zum Beispiel hier im Vordergrund. Ja, es wäre hier durchaus sinnvoll, da wir ja anhand der fehlenden menschlichen Strukturen, der Urtümlichkeit der Landschaft davon ausgehen dürfen, dass das Dorf nicht so nah dran ist, vielleicht sogar im Hintergrund auf den Berg zu steigen, den dann einfach als Aussichtsmöglichkeit zu nutzen, weil allzu steil scheint er nicht zu sein, um da hochzukommen, und einen größeren Überblick über die Landschaft zu bekommen und einfach sagen zu können, in welche Richtung muss ich mich denn jetzt ungefähr orientieren, wenn ich hier zu wenschen möchte. Weil in solchen semi-ariden bis ariden Landschaften, also arid ist trocken, humid, humid wäre der Fachbegriff für nass, das ist das Gegenteil von arid, nur damit ich es gesagt habe, ja, in solchen Landschaften kann man sich ja schlecht an einem Fluss orientieren, weil wenn es den gäbe, dann sähe es da ja ganz anders aus. Also da ist mit näherem Abstand nicht mit nennenswerten Fließgewässern zu rechnen. Das macht dann also die Orientierung und diesen generellen Tipp, geh zum nächsten Fluss und lauf dran entlang, hier relativ für den Eimer. Also wer das als Tipp von seinem Großvater auf dem Sterbewert mitgegeben bekommen hat, der wird hier spätestens hier feststellen, dass der Tipp nicht immer besonders hilfreich ist. Drum, wie gesagt, hohen Punkt im Gelände, in der Hoffnung, dass man irgendwas findet, was einem weiterhilft, dass man zum Beispiel eine Reihe von dicht bewachsenen, also einen dichten Vegetationsgürtel findet, der in dieser trockenen Landschaft drin steht, weil der würde dann eindeutig, also insbesondere eine lange Reihe von Bäumen, wie wir sie schon gesehen haben auf anderen Bildern, nur halt in ein bisschen krasser, würde eindeutig auf ein Gewässer hindeuten und dann müsste man da halt hinlaufen, wo man hoffen darf, aufgrund der Höhe der Bäume, aufgrund der Vielzeit der Bäume, wirklich ein Oberflächenfließgewässer anzutreffen und vielleicht sogar davon was trinken zu können. Ob das dann Trinkwasser ist oder nicht, tja, ab einem gewissen Grad von Verdurstungsgefahr spielt das dann schon fast keine Rolle mehr. Wobei, auch da muss man wieder, wenn du jeden Scheiß säustest, wenn du kurz vorm Verdursten bist, kannst du dich damit dann doch nochmal schneller um die Ecke bringen, als wenn du doch noch 5 Meter weiterläufst und nochmal nach ein bisschen besserem Wasser guckst. Also es ist schwierig, es ist wirklich ein ganz schwieriges Abwägen, da muss man dann wirklich Experte für das Überleben in trockenen Landschaften sein und das bin ich persönlich zum Beispiel nicht. So, dann springen wir mal woanders hin und sind hier, wo es nicht so trocken ist, offensichtlich. Tatsächlich, ja, so ein Übergang, ja, dem wem man fragt, kühlgemäßigte Breiten, gemäßigte Breiten, irgend sowas dazwischen, tatsächlich offensichtlich schon eine etwas kühlere Ecke. Warum offensichtlich? Naja, weil rechts im Bild, also rechts vom Fluss, da haben wir sehr säulenförmige Nadelbäume. Das sind vermutlich Fichten, irgendein nordisches Modell von Fichte, da kommen ein paar in Frage, die sich da vom Habitus her auf die Entfernung kaum unterscheiden, die sehr, sehr, eben gerade diese schmale, säulenartige Form, sehr dicht gewachsen im Bestand, und das ist eindeutig eine nordische Nadelbaumart, weil, warum, woher weiß ich das? Naja, ganz einfach, weil die halt so schmal sind. Die haben kaum ausladende Äste zur Seite hin, das haben sie deswegen nicht, weil wenn sie die hätten, dann würde da Nassschnee, den es hier jedes Jahr gibt, dazu führen, dass die Äste einfach abbrechen würden. Also massive Mengen an Nassschnee, der dann möglicherweise nochmal gefriert, und dann landet da neuer Schnee drauf und friert sich auch fest und dann ist das einfach irgendwann viel zu viel Gewicht und da reicht einfach die Hebelwirkung dann aus, dass die Äste ständig runterbrechen und das will man als Baum jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass einem dauernd die Äste runterbrechen und darum bleibt man schön rank und schlank. Also ganz typisch Bergfichte oder halt eben hoher Nordenfichte, je nachdem, wie man sie dann nennen möchte. So sehen auch natürliche Fichtenwälder der Alpen aus. Also wenn man da in die Höhe steigt, also so richtig in die Höhe und wo dann gerade noch so kleine Fichtelchen wachsen, muss man lange suchen, bis man eine Stelle findet, die natürlich genug ist. Da kommen so viele Teile der Alpenbergwälder gar nicht in Frage. Ich hau jetzt mal was raus. Also wer mal Bock hat auf einen naturnahen Alpenbergmischwald, der geht mal zum Schloss Linderhof, das ist so eins von den blöden Traumschlössen vom Märchenprinzen von Bayern, den ich nicht verehre. Ich habe keine Ahnung, warum der so verehrt wird von vielen. Weiß ich nicht. Ich finde den etwas, naja, egal. Man soll nicht über tote Monarchen lästern. Wie auch immer jedenfalls. Der hat da Schloss Linderhof errichtet, findet ihr so auf Google. Hinter Schloss Linderhof findet ihr einen Wanderweg, der also vom Parkplatz, vom Schloss aus, der auf den nächsten Berg führt. Mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Und kurz vorm Gipfel, also was heißt kurz vor, so drei, sagen wir 500 Meter vorm Gipfel, vor der Hütte, die es da auch gibt, zweigt ein kleiner Weg ab. An diesem kleinen Weg steht dran, habe auch vergessen, wo der genau hinführt, also die Ortsnamen kriege ich nicht mehr zusammen, aber an diesem kleinen Weg steht dran, Alpinerfahrt, nur für geübte Wanderer, bla 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 blub und so weiter. Wenn man dann ein solcher ist, also das ist schon ernst zu nehmen, dieses Schild, ja. Also bitte wirklich einigermaßen ernst nehmen. Aber wenn man da dann jedenfalls langläuft, dann kommt man durch einen wunderbaren Bergmischwald, alpine Ausmaße, auch wenn es noch gar nicht so hoch ist von der Höhe her, trotzdem erreicht man da durchaus einen wunderbaren Bergmischwald, wo wir auch schon bereits einzelne dieser Bergfichten sehen können. So, diese kleine Exkursnummer musste jetzt sein. Wollte ich einfach mal verraten haben, für jeden, der da mal irgendwie vorbeikommt. Das ist echt ein Geheimtipp. Super tolle Tour, super schöne Gegend. So, ja. Jedenfalls, das ist hier definitiv rechts ein solcher Nord- beziehungsweise Bergfichtenwald. Wie gesagt, welche Art das jetzt genau ist, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, raten zu wollen. Dafür müsste man wissen, ob wir jetzt hier in Sibirien oder in Kanada oder in Alaska oder sonst wo sind. Das könnte alles potenziell in Frage kommen. Kann man nicht ganz ausschließen, dass man da jeweils woanders ist. So, wo würde man hier lagern? Logischerweise an dem Parkplatz, Schrägstrich Lagerplatz, in der linken Bildhälfte. Hinten dran ist auch eine Straße, die am Waldrand entlang führt, also oberhalb vom Abbruch zum Fluss runter, vom Ufer. Da scheint mir eine Straße zu sein und mindestens ein kleiner, oder zumindest ein Weg. Und ein kleiner Weg führt ja auch runter zu diesem Lagerplatz, Schrägstrich Parkplatz. Das wäre natürlich ein eindeutiges Zeichen für Zivilisation. So, jetzt ist das doofe, wenn wir hier ausgesetzt werden, an dem Ort, von dem das Foto geschossen ist, dann dürft ihr sehr davon ausgehen, dass der Bach beziehungsweise Schrägstrich See, also es ist schon ein Fluss natürlich, in Wirklichkeit, hier nicht unter uns durch den Berg durchfließt, sondern vor uns abbiegt und da links im Bild, dann quasi links hinten, links in der Ecke, quasi weiter fließt und verschwindet. Das bedeutet, wir müssten hier einmal über diesen doch recht mächtigen Strom, um auf die andere Seite zu kommen. Und da kann man sich jetzt fragen, angenommen, wir können auch da lagern, wo wir uns gerade befinden, wenn wir uns umdrehen würden und könnten, dann würde es dann Sinn ergeben, dass man unbedingt auf die andere Seite geht. Und tatsächlich sehen wir in der Zusammensetzung der Wälder einen gewissen Unterschied zwischen linker und rechter Flussufer. Aber während wir rechts wirklich den typischen nordischen Fichtenwald mit diesen dünnen, typischen Fichten haben, die da üblicherweise wachsen, haben wir links erstens Infrastruktur, also da gibt es Wege, offensichtlich, und zweitens sind die Bäume, die da rumstehen, überwiegend tatsächlich Kiefern. Wenn ich, also zumindest anteilig und nicht die interessanten Bergfichten, die wir auf der rechten Seite haben. So, und da es Infrastruktur gibt und eine andere Baumart, was sehr ungewöhnlich ist in diesen Bereichen der Welt, da haben wir häufig Reimbestände, wirklich viele, viele, viele Tausende von Kilometern Reimbestände. Das ist auch übertrieben, aber zumindest Hunderte von Kilometern Reimbestände. Und dass da ein bisschen was anderes rumsteht, ist dementsprechend verdächtig. Das kann jetzt natürliche Ursachen haben, dass man zum Beispiel auf der einen Seite den wärmeren Hang hat und auf der anderen Seite den kälteren Hang. Das glaube ich aber nicht, dass das hier so eine große Rolle spielt, weil beide Hänge ungefähr gleich steil sind. Und beide Hänge nicht sehr steil sind. Das kommt noch erschwerend dazu. Theoretisch hat man auf der Nordhalbkugel zumindest einen warmen Hang, wenn der nach Süden exponiert ist, weil wenn die Sonne im Zenit im Süden steht, dann knallt die relativ deutlich Quatsch. Ja doch, doch. Dann knallt die relativ deutlich auf den Hang drauf und macht den besonders warmer. Also Südhänge sind besonders warme Hänge. Aber hier ist zu wenig Hang, als dass das so einen großen Unterschied haben sollte. und daher könnte das die Folge von einer irgendwann mal erfolgten forstlichen Maßnahme sein. Wir haben auch keinen so undurchbrochenen Wald bis runter ans Ufer wie auf der rechten Seite von unserem Fluss. Und ja, klar, mit der Straße sieht man es ja auch. Also offensichtlich ein menschlicher Einfluss. Das bedeutet, jetzt könnte man überlegen, wenn man sich hier in Sicherheit bringen möchte, also zurück in die Zivilisation, ob man es tatsächlich wagen möchte, hier durch diesen Fluss zu schwimmen. Weil schwimmen wird man da müssen. Der ist definitiv tief genug, dass das in Schwimmen geht und sich damit entsprechend nass zu machen. Ob man jetzt je nach Ausrüstung eine Möglichkeit hat, dabei sein Graffel einigermaßen trocken zu transportieren, indem man es zum Beispiel in den Tarp einwickelt, das geht einigermaßen, wenn man Glück hat. Ob man wasserdichte Säcke dabei hat, dass man das dann so irgendwie transportieren kann, das geht dann noch ein bisschen besser. Ohne, dass man allzu viel Glück hat. Da gibt es also schon Möglichkeiten, sich da so ein kleines Floß quasi vor sich her zu stoßen beim Schwimmen. Und ja, wäre ein Versuch wert. Ansonsten, was dürfen wir erwarten, was wir hier in solchen Lebensräumen finden? Sehr viel große Tiere. Große Tiere funktionieren deswegen, weil die eben abseits der Wälder auch durchaus große Grasflächen finden, da große Mengen verschiedene Gräser fressen können. und die Tatsache, dass es da schon recht kalt werden kann im Winter und da hilft es, ein großes Tier zu sein. Denn ein großes Tier hat vergleichsweise wenig Oberfläche zum Volumen wie unser Kugelbusch. Und wenn du wenig Oberfläche zum Volumen hast, dann verlierst du halt neben nicht so viel Wärme und nicht so viel Feuchtigkeit. Aber das spielt hier in dieser Landschaft jetzt keine so große Rolle. Bedeutet, wir hätten potenziell die Möglichkeit an die großen Tiere irgendwie jägerisch ranzukommen, so man dann die entsprechende Ausrüstung hat oder tatsächlich weiß, wie man sich aus den hier vorkommenden pflanzenden Bogen baut und damit in der Lage ist, keine Ahnung, einen Moschus-Ochsen zu erlegen oder sowas in die Richtung. Es gibt Menschen, die das können offensichtlich, hat mich auch überrascht, aber es gibt sie. Es ist auf Film festgehalten, dass das theoretisch geht. Haben wir unter anderem bei Alone schon zu sehen bekommen, aber die haben sich auch den Bogen nicht selber gebaut, sondern von daheim mitgebracht, schon eine herausragende Leistung. Mit einem selbstgebauten Bogen wird das schwierig. Insbesondere aus welchem Holz doch man den denn bauen, was haben wir denn hier? Wir haben hier Birken, wir haben hier also zu erwartender Weise Birken oder sowas ähnliches wie Birken, vielleicht, kommt auch darauf an, wo im Bereich dieser, der Taiga, wie wir uns befinden, also diesen Nadelwaldgürtel hier. Der zieht sich einmal komplett im Norden um die gesamte Nordhalbkugel, also zirkumpolar, einmal um den Polarkreis sozusagen herum und ist das größte zusammenhängende Waldgebiet des Planeten. Ist tatsächlich auch deutlich größer als die Tropen beziehungsweise die tropischen Regenwälder und ja, besteht allerdings eben als Borealis fast nur aus Nadelhölzern. Mit vereinzelt vorkommt mal ein bisschen Birke, mit vereinzelt vorkommt ein bisschen Weide. ja, und viel mehr wird man da ehrlich gesagt gar nicht mehr finden. Das ist also schon, Ahorn gibt es noch, je nachdem, wo man sich befindet, ein wenig. Das ist also eine relativ atemarme Angelegenheit. Verschiedenste Formen von Nadelhölzern, ja, aber auch das kann man an zweimal zwei Händen ungefähr abzählen, wie viel da zur Verfügung steht. Die sind vom Holz her auch nicht furchtbar unterschiedlich. ja, also tatsächlich auch so eine Ecke. Ja, man kann hier beliebig viel Feuer machen, man kann hier auch relativ problemlos Feuer machen, so man es angezündet bekommt. Da hat man auf jeden Fall genügend Brennholz, gerade auch in diesem, in dem rechten vermutlich, also rechtes Uferhälfte, vermutlich unbewirtschafteten Wald, weil nichts darauf hinweist, dass da jemals irgendwas bewirtschaftet worden ist. Auch eben die Tatsache, dass die Bäume alle naturgemäß geformt sind. Und da würde Totholz rumliegen ohne Ende. Da findet man mit Sicherheit auch jede Menge trockene Äste, die noch unten an den Bäumen dranhängen, wo man sich zu Not was abbrechen kann, um ein bisschen Zunder zu bekommen. Außerdem ist das alles Nadelbaumholz, entsprechend harzhaltig. Also zum Feuermachen geht das da ganz wunderbar. Da findet man auch mit Sicherheit haufenweise interessante Lagerplätze zwischen den Bäumen und kann sich da im Grunde ganze Blockhäuser hinbauen. Es gibt Gründe, warum alle Welt zum Hauswandern nach Kanada geht und sich da im Blockhaus irgendwo ins Nirgendwo stellt. Einfach, weil es vergleichsweise einfach ist. Baumaterial ist eben omnipräsent und heizen muss man sich auch keine großen Gedanken machen. Irgendwann muss man halt immer weiter laufen, wenn man dann die Häuser um seine Blockhütte herum, Quatsch, die Bäume um seine Blockhütte herum irgendwann alle mal verheizt hat oder halt eben in die Blockhütte eingebaut hat oder sonst wie. Aber im Großen und Ganzen klar nachvollziehbar, dass da auch eben viele Leute, vergleichsweise viele Leute von Träumen von so einem Leben als Aussteiger. Aber da wir hier nicht aussteigen wollen, sondern zurück nach Hause, weil man uns hier jetzt hingesetzt hat, werden wir vielleicht eben versuchen, auf die andere Flussseite zu kommen. Aber wie man da jetzt genau rüberschwimmt, das muss ich euch jetzt nicht erzählen. Das können andere wahrscheinlich besser als ich. Wir sehen hier unten links in der Ecke noch so ein bisschen was Bärenstrauchartiges. Was wir auch haben in der Taiga, also dem großen Boreal-Nadelwaldgürtel, ist immer mal dann, wenn der Wald etwas zurückgedrängt wird. Sei es durch zum Beispiel einen Brand, dann dauert es eine Weile, bis neuer Wald aufkommt oder sei es durch ein Moor. Moore zu suchen ist in solchen Landschaften durchaus ganz hilfreich. Die kann man leider auf die Entfernung meistens nicht sehen, also manchmal schon, wenn man Glück hat. Denn in Mooren oder am Rand von Mooren finden wir dann halt eben die ganzen Bärenbüsche, die für die Taiga typisch sind, für die Tundra auch typisch sind und da kann man dann relativ große Mengen von Bären sammeln. Die haben trotzdem nicht sehr viele Kalorien, so höchstens 17, nicht 17, aber 70 pro 100 Gramm. So was um den Dreh kannst du so als Mischwert für die meisten dieser Bären ungefähr annehmen. Das heißt, man braucht schon sehr viele davon und muss da sehr viele von futtern, wenn man davon allein leben möchte. Dafür sind sie dann auf die Dauer fast ein bisschen säuerlich, zum Beispiel Blaubeeren. Das Gute ist, es gibt nicht nur Blaubeeren, es gibt auch durchaus noch andere Vertreter. Da kann man sich so ein bisschen im Mix zusammenstellen. Also das ist so die Hauptnahrungsquelle, die man hier sicherlich finden kann. Und wer weiß, wie man angelt oder wie man sonst irgendwie an Fische kommt, da bin ich persönlich raus, der wird feststellen, dass diese großen Flüsse, die es da immer mal wieder gibt, sehr reich an Fischen sind. Also die sind tatsächlich fast alle sehr fischreich. Das weiß ich, weil das hat sich rumgesprochen und da gibt es wohl vergleichsweise einfache Möglichkeiten, diesen Fisch dann da auch rauszuholen. Aber da traue ich mich immer noch nicht, irgendwas Qualifiziertes zu beizutragen. Auch wenn ich ein bisschen was gelesen habe inzwischen zur Anglerei und wie man an Fische kommt und so weiter und auch nachvollziehen kann, dass das ein schönes Hobby sein kann. Absolut verstehe ich. Ja, ich arbeite daran. Eines Tages vielleicht mal, aber noch bin ich da eher zurückhaltend. Und ja, boreale Nadelwälder hat man so vielleicht schon mal im ein oder anderen Naturfilmchen gesehen. Ja, ganz witzig ist diese Form von großen zusammenhängenden Waldgebieten. Die dürften wir jetzt tatsächlich auch schon mal irgendwo gesehen haben. Hoffe ich zumindest sehr. Wenn nicht, dann schämt euch bitte. Das ist nämlich ein Buchenwald, der mitteleuropäische Buchenwald. Genau genommen, das heißt, die allermeisten Laubbäume, die wir hier erkennen können, dabei handelt es sich schlicht und begreifend um unsere Rotbuche, dass es sich hier nicht um einen Urwald handelt. Es ist von oben eigentlich nur dadurch so richtig schön zu erkennen, dass es vereinzelte Rechtecke von Fichtenwald gibt. So plus minus rechteckig, manchmal auch streifenförmig. Zum Beispiel da hinten im Schatten sind man ein paar Fichten. Man sieht ganz hinten am allerletzten Hang auch so ein paar Abschnitte von dunklerem Grün, die so ein bisschen wie Schatten aussehen. Das sind auch Fichtenabschnitte. Und wir haben hier rechts vom Fluss, direkt vor uns, eben in der Bildmitte ungefähr geht es ja runter zum Fluss. Und auf der von uns aus gesehen rechten Flussseite, da gibt es natürlich auch ein relativ offensichtliches Fichtenplätzchen sozusagen. Ja, das ist der Deutsche Wald oder könnte der Deutsche Wald sein. Es könnte zum Beispiel auch ein bestimmter Wald in Österreich sein. Die haben auch Abschnitte davon. Es könnte ein Wald in Ost, Ost, nee, West, Entschuldigung, Westpolen sein, in Tschechien, in Frankreich. Da gibt es also schon ein paar Möglichkeiten, potenziell sogar in Dänemark. Allerdings, nein, sieht nicht nach Dänemark aus. Ist mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich Deutschland. Könnte in der Eifel sein, könnte irgendwo in Hessen sein. Da kommen verschiedene Ecken in Frage. Vielleicht sogar auch ein kleineres Schwarzwaldtal. Wäre auch nicht ganz auszuschließen. Schwer zu sagen, aber schon ein sehr schönes Foto, dass da mal jemand einen so großen, zusammenhängenden Wald, ohne dass man da irgendwelche Anzeichen menschlicher Besiedlung entdecken kann, so fotografieren konnte. Das ist schon nicht ganz leicht. Ja, unser Buchenwald, da muss ich nicht allzu viel zu erzählen. Den kennen wir alle. Da kennen wir uns alle hoffentlich einigermaßen gut drin aus. Ganz interessant ist natürlich, wenn man hier jetzt besondere Ressourcen braucht, die so im Buchenwald nicht zu haben sind, dann muss man natürlich die ganzen anderen Baumarten finden. Teilweise, wenn man dann so einen Ausblick hat wie hier, dann kann man natürlich die Fichtenplätzchen von vorne herein entdecken. Aber beispielsweise, wir wollen jetzt ein Feuer machen und es ist zum Beispiel nass und wir wollen bitte gerne ein sicheres Feuer machen. Dann suchen wir was? Ja, ein paar Birkenrinde natürlich. So, und dann wäre hier dieses komplette Tal mit diesen geschlossenen, dichten, zu diesem Zeitpunkt dieses Fotos, wahrscheinlich sieht es inzwischen auch anders aus, wahnsinnig gesunden übrigens Wäldern, wäre da ein recht schlechter Ort, weil im Buchenwald gibt es keine Birke. Die Buche lässt viel zu wenig Licht durch, als dass dann eine Birke einigermaßen Chancen hätte durchzukommen und wir müssten uns dann hier jetzt also wirklich umgucken und nach einer Stelle suchen, wo wir sehr jungen Wald sehen, wo zum Beispiel Nadelwald frisch eingeschlagen worden ist, wo zum Beispiel ein Stück Loch in der Buche ist, wo man junge Nadelbäumchen gepflanzt hat. An solche Orte müssten wir gehen und dann hoffen, dass im Zuge dieser jungen Waldentstehung, ob die jetzt künstlich ist oder natürlichen Ursprungs, da dann vielleicht auch ein paar Birken zu finden sind. Aber solange da noch Buchen stehen und nicht wirklich großflächig weg ausgefallen sind, brauchen wir uns da gar keine Hoffnung zu machen, dass wir da irgendwo eine Birke finden. Generell ist die Dominanz der Rotbuche in Mitteleuropa was ganz Besonderes. Das haben wir so mit so einem dominanten Laubwaldtyp über doch ein so großes Gebiet weltweit meines Wissens nirgendwo noch mal so stark. Zumal es ja wirklich Buchenwälder sind oder zumindest mal gewesen sind. Das ändert sich natürlich jetzt auch derzeit gerade ein wenig. aber es war mal wirklich ein zusammenhängender Rheinbestand fast schon schätzungsweise etwa 85% bis 90% der Waldfläche dürfte Buchenwald gewesen sein und ja also schon ein besonderes Ökosystem. Super super uninteressant auf die Dauer wenn man da jetzt drin survivalmäßig unterwegs sein möchte weil man halt im Buchenwald im Sommer nur Buche findet im Herbst nur Buche findet im Frühjahr das ganze interessante Zeug findet wie zum Beispiel die ganzen Rhizomgeophyten also Bärlauch beispielsweise da dann also auch was Mampfbares dabei ist und auch natürlich Maiglöckchen und dann bringt man sich wieder um wenn man das futtert also durchaus auch da wieder mit Sinn und Verstand an die Sache rangehen aber ja also das könnte potenziell eben unser deutscher Wald sein. Fand das Foto wirklich sehr gelungen ja es ist nicht ganz super scharf und die Auflösung ist auch nicht super toll aber ja eine der wenigen Aufnahmen ohne Strom hast und so weiter ja und da wir ja schon ganz woanders auf dem Planeten gewesen sind kann man den hier einfach so in der Natur überleben da muss man ganz klar sagen kommt drauf an ob du weißt wo der Bärlauch wächst sozusagen also zum Beispiel im Frühjahr könnten Bärlauch Zwiebeln noch bevor der Bärlauch rauskommt oder wenn er erst ganz taghaft rauskommt kann man mit Bärlauch Zwiebeln schon sehr viele Kalorien zusammen kriegen zum Beispiel da gibt es natürlich noch ein paar andere Pflanzen im Spätsommer kannst du Brombeeren wenn du Glück hast aber die brauchen auch viel Licht also im natürlichen Buchenwald ohne Löcher ist die Frage hätte der natürliche Buchenwald nicht auch mal hin und wieder Löcher doch ja hätte er also ganz schwer zu sagen wir sind einfach ein so dicht besiedeltes Land so 100% mit Sicherheit sagen kann auch keiner wie unsere Landschaft aussehen würde wenn es den Menschen nie gegeben hätte jedenfalls wird darüber immer noch wunderbar gestritten und so weiter aber es gäbe schon im Frühjahr einiges zu essen es würde dann eine ziemliche Hungerkatastrophe über die Sommermonate ausbrechen bevor die Herbsternte ansteht und das Zeug aus dem Frühjahr schon wieder verschwunden ist in der Herbsternte gibt es für uns haufenweise Buchäckern hier und da sicherlich auch mal eine Eichel wobei die deutlich schwieriger aufzubereiten sind als Buchäckern und zumindest wenn wir davon ausgehen dass die Römer bereits da gewesen sind finden wir im Herbst natürlich zumindest in Südwestdeutschland auch große Mengen an Eskastanie an Maroni und können damit eigentlich genügend Wintervorräte anlegen mit vergleichsweise geringem Sammelaufwand um mittels Maroni durch den Winter zu kommen natürlich ist das auf die Dauer keine ausgewogene Ernährung aber jetzt für Survivalzwecke ist unser deutscher beziehungsweise mitteleuropäischer Wald eigentlich schon relativ gut machbar allein der Sommer ist so das größte Problem beziehungsweise ein im Winter ausgesetzt werden ohne vorher im Herbst die Herbsternte durchgeführt zu haben also quasi das Eichhörnchen gemacht zu haben um Wintervorräte in Form von ja im besten Fall Maroni tatsächlich anzulegen das ist also schon eigentlich ein habitables Gebiet man kann hier längerfristig von der Natur leben das wurde ja früher auch gemacht wenn wir uns die alten Germanen und so weiter und so fort angucken sicherlich die hatten auch schon ersten Ackerbau aber vermutlich hätten sie es auch ohne Ackerbau und nur als Jäger und Sammler und es gab ja davor auch sehr wohl eben nur Jäger und Sammler Gesellschaften in der Altsteinzeit Neandertaler der sich hier rum getrieben hat bevor ihn Homo Sapiens vermutlich ausgerottet hat und solche Späße also das war schon möglich wobei man sagen muss die Frühzeit der Menschheit also unser unser Mesolithikum heißt das so also die Mittelsteinzeit ich glaube die heißt so Mesolith Meso doch doch Neolithikum Paläolith ach meine Güte egal fällt mir jetzt gerade nicht ein manchmal habe ich halt auch einen Aussetzer wie auch immer jedenfalls die Mittelsteinzeitler und die Altsteinzeitler die hatten solche Buchenlandschaften noch gar nicht die haben stattdessen Haselnuss also die späten Altsteinzeitler bevor sie in die Mittelsteinzeit übergegangen sind die hatten dann so langsam Haselnuss die Mittelsteinzeit ist an sammelbaren Sachen durch Haselnuss geprägt auch heute finden wir noch Haselnuss könnten wir in dieser Landschaft also dementsprechend auch ein bisschen auf Haselnuss Suche gehen im Herbst selbstverständlich allerdings nicht direkt im Buchenwald sondern dann am Waldrand die Haselnuss ihr natürliches Vorkommen wären Waldränder zumindest jetzt auf diesem Bild hier muss man nach den nächsten Waldrändern erstmal ein Stückchen suchen jetzt wissen wir alle dass in Deutschland der nächste Waldrand der da mittendrin steht nicht so weit weg ist aber zumindest auf diesem Bild suggeriert es ja ein wenig dass man kaum aus diesen furchtbaren schrecklichen Sümpfen und schaurigen Wäldern kaum herauskommen kann und die Römer damals da durchaus ihre liebe Not damit hatten hier zurecht zu kommen weil wenn du halt eher so nach einigen Generationen von Römern die bereits am Mittelmeer und Karthagern und Griechen und wer da sonst noch alles sein Unwesen getrieben hat nach einigen Generationen von denen war am Mittelmeer halt nicht viel mit dunklen schaurigen Wäldern vorhanden also dass den Römern das nicht nur gefallen hat das mag ich persönlich glauben auch wenn die Aussage vom ollen Tacitus vermutlich nicht ganz unbedingt frei von na sage ich mal Propaganda gewesen ist also das schaurige Wälder und schreckliche Sümpfe oder umgekehrt das stammt von Tacitus aus römischer Geschichtsschreibung wenn wir so wollen gut aber damit zurück beziehungsweise weiter ins nächste Ökosystem ja hier haben wir es jetzt mal mit einer Hochgebirgslandschaft zu tun offensichtlich mit Karbonatfelsen also das sind tatsächlich Ausläufer unserer Alpen kurz vor Slowenien glaube ich irgendwie sowas hatte ich das in Erinnerung jedenfalls nicht direkt bei uns vor der Haustür trotzdem sieht es recht ähnlich aus wie das was bei uns vor der Haustür wäre wir haben einen großen Fluss das ist kein Wunder weil die Alpen ja eben ein Quergebirge sind und damit sämtliche Luftmassenbewegungen von Süden blockieren sämtliche Luftmassenbewegungen von Norden ein Stück weit blockieren und die jeweiligen Luftmassen dann halt abregnen müssen um über die Alpen drüber zu kommen dafür sind zu hoch genug das bedeutet hohe Niederschläge sind vorprogrammiert die sich dann in Form von kleineren Bächen in Form von großen Flüssen dann irgendwann aus den Alpen herausbewegen und an einem relativ großen Fluss befinden wir uns hier da sehen wir dann auch die typische Abfolge der unterschiedlichen Vegetationsformen im Gebirge die sehr hilfreich sein kann wenn man die schon mal gesehen hat das gibt es so mehr oder weniger in jedem nennenswert hohen Gebirge der Erde natürlich mit anderen Pflanzen aber die gleichen Vegetationszonen das heißt wir haben Alpine Rasen der hier ist deutlich tiefer als eigentlich sein dürfte hier im Vordergrund das liegt daran dass man da vermutlich eben anthropogen nachgeholfen hat also durch den Mensch einfach hier eine Wiese geschaffen in der man Wald entfernt hat dann bekommen wir jedenfalls und das ist auch in anderen Gebirgen so eine erstaunliche Artenvielfalt von verschiedenen durchaus hübschen Blühpflanzen und darunter auch essbare Kräuter das Dumme ist nur wenn wir uns da nicht sehr gut auskennen können wir die wieder alle nicht auseinander halten und bestenfalls finden wir da zum Beispiel irgendwie ein bisschen einen Spitzwegerich oder generell einfach einen Wegerich vielleicht finden wir da auch ein paar sonstige Kräuter die wir noch so kennen vielleicht auch eventuell ein paar Doldenblütler Doldenblütler sind eine ganz fiese Sache die sind entweder tödlich giftig oder zumindest fast tödlich giftig oder hervorragende Speisepflanzen zwei prominente Beispiele der Schierling der ist sehr sehr tödlich oder Riesenbären klaut da willst du auch nicht reinfallen das gibt lustigen Ausschlag fototoxische Verbrennung wenn man reingefallen ist und danach in die Sonne tritt und das ist tagsüber relativ einfach aus Versehen mal in die Sonne zu treten oder an der anderen Seite was für einen Doldenblütler kann man essen die Möhre sowohl die Kulturmöhre als auch die wilde Möhre wobei die wilde Kulture nicht unbedingt aus der wilden Möhre hervorgegangen sein muss das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau ist egal aber die Möhre Karotte die ist auch ein solcher also da kann man schon wirklich eine Vielfalt an möglichen essbaren Pflanzen finden hin und wieder gibt es auch irgendwelche Knöteriche die durchaus essbar sind habe ich auch schon gesehen auf solchen Wiesen aber ich bin kein Experte für alpine Vegetation jedenfalls nicht für die alpine Wiesenvegetation für die Bäume schon aber ja da gibt es halt nicht nur Bäume dann haben wir typischerweise gerade wenn wir einen Fluss haben und sich an diesem Fluss aus irgendwelchen Gründen eine Wiese befindet die können auch natürlich ein Ursprung sein weil die ganzen Tiere die hier rumrennen und größere Mengen Grünzeug futtern wollen die kommen üblicherweise mindestens im Winter in solche Täler in solche Täler runter meistens noch weiter runter ins Tal also noch deutlich weiter runter aber halten sich vorzugsweise im Tal auf um da halt dann doch noch ein bisschen Grün von der Wiese zu knabbern aber auch im Sommer theoretisch auch nachts kommen sie da gerne mal auf solche Wiesen und äßen da ein wenig um halt eben zusätzliches Mineralien auch unter anderem zu sich zu nehmen da steckt recht viel in diesen Pflänzlein drin zumal durch den ständigen Kalk der da hinten vom Berg runter bröselt eine gute Versorgung mit Kalzium und Magnesium für die meisten alpinen Rasen also jetzt zum Beispiel mindestens im Fall von einem Gebirge das eben aus Karbonat besteht also Kalksteinen im Prinzip und Magnesiumsteinen mit Kohlenstoff jeweils verbunden ja da hast du immer eine gute Nährstoffsättigung das muss weltweit nicht unbedingt so sein das ist in anderen Gebirgen etwas anders da kann die Nährstoffsättigung auch etwas geringer ausfallen okay bis gut ist sie aber eigentlich im Regelfall immer weil halt eben starke Erosion herrscht und damit viel pflanzenverfügbare Nährstoffe ins Wasser eingetragen werden und damit eben entlang des Baches auch zu finden sind so aber wenn wir die Wiese jetzt verlassen dann finden wir entlang des Baches einen Weidengürtel die Bäume die da direkt am Wasser stehen das werden Weiden sein hinter den Weiden auf der anderen Bachseite sehen wir so einen niedrigen Gebüschgürtel da könnte es sich entweder um weitere Weiden vielleicht aber auch um ein paar Erlen handeln die findet man typischerweise nicht ganz direkt am Wasser zumindest nicht im Alpinen Lebensraum anders wenn du raus aus den Alpinen beziehungsweise Hochgebirgslebensräumen bist dann mag das auch nochmal anders aussehen und Erde gibt es auch nicht weltweit aber man findet häufig Weiden am Fluss das fast weltweit fast nicht ganz und hinten dran dann eben häufig so eine Gebüschlandschaft warum ist da eine Gebüschlandschaft naja wenn es Hochwasser gibt wird dieses Hinterland eben schnell mal überflutet schnell auch ein bisschen flach gerieben beziehungsweise eben weg erodiert sodass es auch flache Bereiche in weiteren Ausläufern des Baches durchaus gibt also ein Stück vom Wasser weg und da sind dann eigentlich sehr gute Schlafplätze Nachteil die ganze kalte Luft von den Bergen kommt da runter sammelt sich im Tal und fließt nur langsam ab insbesondere wenn es sich um ein eher sanft abflachendes oder ansteigendes je nachdem Tal handelt also das ist ein bisschen problematisch man könnte wenn man ein Stück weiter den Hang hochsteigt wenn wir uns mal die linke Flussseite angucken hinter unserem Gebüsch über das wir gerade gesprochen haben da scheint es so ein Plateau mit gleich hohen Bäumen zu geben vor dem großen Bergketten da weiter hinten wenn du so ein Plateau siehst aus der Entfernung könntest du auf die Idee kommen falls man über den Fluss kommt vernünftig da hinten mal gucken zu gehen ob du da nicht vielleicht einen schönen Schlafplatz genau auf diesem vorgelagerten Bergrücken wo die Bäume eben verdächtig dieselbe Höhe zu haben scheinen findest da kann man Glück haben ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden nämlich der Energieverbrauch den man halt braucht um da hin zu laufen ansonsten kann das aber wirklich ganz gut funktionieren und so ich sag mal 40 bis 50 Höhenmeter höher zu sein als die Talsohle bringt enorme Vorteile was die Lufttemperatur also das Minimum der Lufttemperatur angeht da wäre man also deutlich wärmer am Schlafen als wenn man ganz unten am Bach liegt man hätte auch mit deutlich weniger Luftfeuchtigkeit zu kämpfen als wenn man direkt am Bach liegt das kann schon große Vorteile haben ganz auf den nächsten Gipfel zu steigen wäre natürlich völlig idiotisch und irgendwo hier in dem Hangwald zu versuchen also dem offensichtlichen Hangwald zum Beispiel der rechte Hang da gibt es einfach nichts was darauf hindeutet dass es da irgendwo einen flachen Bereich von Boden gäbe an dem man sich vernünftig hinlegen könnte wo man es dann einigermaßen gemütlich hätte übrigens im weiteren Abstand zum Bach finden wir hier rechts noch vermutlich sogar die Buche die da noch in den letzten Ausläufern vorkommt da ich in dem Fall ungefähr weiß wo sie das Bild aufgenommen haben aber das dürfte tatsächlich sogar noch ein bisschen unsere stinknormale Rotbuche sein allerdings eben in der Bergwaldausführung könnte auch Bergahorn dabei sein und also relativ vielfältige Angelegenheit viele verschiedene Bäume häufig findet man auch noch ein paar extra bereichernde seltenere Arten wenn man ein bisschen länger sucht zumindest in den meisten Gebirgen gibt es da noch so ein paar zwei drei Sonderbäume sage ich jetzt mal aber was man auf keinen Fall erwarten sollte wäre wenn man sich jetzt auf Höhe dieses Tals befindet dass man irgendwas allzu Nützliches findet wenn man jetzt weiter den Berg hochsteigt das ist also so ein genereller Quatsch im Gebirge ist ohnehin was wo man den Sommer über verbringen kann aber in Survival-Szenarien muss man hier spätestens im Herbst unbedingt gucken dass man da rauskommt das sind lebensfeindliche Gebiete wenn man nicht hochgradig angepasst ist und wir sind nur Homo sapiens wir sind auf gar nichts hochgradig angepasst wir sind hochgradig anpassungsfähig indem wir mit der Zeit tolle Sachen erfinden mit denen wir klarkommen aber als Individuum relativ aufgeschmissen wenn man uns in noch unberührter Natur oder zumindest fast unberührter Natur aussetzt die Frage wie man hier jetzt wegkommt ist natürlich relativ simpel wenn du recht weit oben im Gebirge bist was du daran erkennen kannst dass spätestens da hinten wo dann überhaupt keine Pflanzen mehr am Berg sind und der pure Fels hervortritt die Niewale-Zone ich habe mir jetzt auch endlich gemerkt dass die Niewal heißt ich kann mir nämlich immer nie merken heißt sie Niewal oder heißt sie Niewal da hat mir aber jemand dankenswerterweise in die Kommentare den schönen Merkspruch geschrieben in der Niewalen-Zone gibt es Niewale und ja das ist einprägend wie auch immer jedenfalls natürlich wir sehen da sogar noch ein bisschen Schnee auf den Gipfeln es gibt überhaupt keinen Grund da oben irgendwas zu suchen zu haben solange man nicht Reinhold Messner oder irgendjemand anders in diese Richtung ist und das aus sportlichen oder Begeisterungsgründen oder mentalen Gründen oder sonst wie für sich persönlich braucht wovor ich großen Respekt habe im Übrigen also in keinster Weise soll das jetzt Kritik sein allerdings finden wir da keine nützlichen Ressourcen wirklich gar nichts mehr außer höchstens noch ein paar Steine zum dran lecken und das brauchen wir auch nicht weil das Wasser hier durch die hohe Erosionskraft und wahrscheinlich sogar den Eintrag von Feinmaterial durch mögliche Gletscher die weiter hinten im Einzugsgebiet dieses Bachesflusses liegen könnten kann es sein dass wir ohnehin hier Gletschermilch saufen wer schon mal Gletschermilch gesoffen hat das ist so ein ganz trübes Wasser das wirklich so leicht zwischen den Zähnen knirscht wenn man viel davon trinkt oder sich Spaghetti damit zubereitet ist eine ganz interessante Erfahrung das ist nicht besonders ungesund okay auf die Dauer vielleicht für die Zähne nicht so toll wenn man da sehr viel drauf umkaut aber schmeckt auch sehr interessant ja aber ist es nicht nicht wirklich schädlich also jedenfalls nicht bei Mengen unter 2000 Litern oder irgendwie sowas in die Richtung im Jahr was weiß ich ja aber das wäre jetzt so eine typische Gebirgslandschaft die übliche Vegetationsabfolge von zum Beispiel unseren mitteleuropäischen Gebirgen ist unten Buche in der Mitte Tanne dann kommt Fichte dazwischen irgendwann setzt der Bergahorn ein und dann wird die Fichte langsam weniger und wir kriegen den sogenannten Latschengürtel den sehen wir hier hinten auch andeutungsweise als das Grün was die hohen Berge im Hintergrund noch hochsteigt da mag am obersten Rand ein klein wenig was vom Latschengürtel dabei sein die Latsche ist die auch die aus die Bergkiefer genannt ist Pinus Mugo ist eine spezielle Kiefernart die besonders klein und krüppelig wächst nützt die uns was naja wenn man abgestorbene Exemplare findet hat man ein bisschen gutes Feuerholz Betonung auf ein bisschen weil die werden nicht sehr groß und entsprechend brauchst du da auch nicht vermuten dass das ewig lange reicht lohnt sich also auch nicht deswegen den Berg hoch zu steigen damit man da ein bisschen gutes Feuerholz finden kann also das ist so die typische Abfolge grundsätzlich gibt es die Vegetationszonen in den Gebirgen beziehungsweise vor den Gebirgen je nachdem das geht bei Planar los das ist sehr niedrig noch auf fast Meereshöhen Niveau bis 150 200 Meter irgendwie sowas dann kommt Colleen es hängt übrigens auch die Höhenangaben hängen davon ab worauf dem Planeten man sich befindet je weiter nördlich beziehungsweise südlich man auf der jeweiligen Halbkugel unterwegs ist desto schneller kommen die entsprechend hohen Höhenzonen zum Beispiel auf 700-800 Meter in Nordskandinavien bist du schon längst in der Nivalenzone auf 700-800 Meter in Deutschland bist du noch mitten im Wald also das ist schon ein deutlicher Unterschied beziehungsweise am Kilimanjaro musst du schon verdammt hochsteigen bis du da in der Nivalenzone ankommst das ist ohnehin eine der ganz wenigen Berge von Afrika die überhaupt eine Nivalenzone haben also da wo bereits kein Leben mehr möglich ist weil man zu hoch und zu kalt und zu Wetter und so weiter aber Planar Colleen dann kommt Montan es gibt immer noch so Substufen man würde dann von Submontan sprechen wenn man sich irgendwo zwischen Colleen und Montan befindet aber noch nicht so richtig das eine nicht mehr das richtig das eine noch nicht ganz das andere dann spricht man halt von Submontan danach haben wir die Alpinezone beziehungsweise Subalpin und dann sind wir Nival und dann ist es mit dem Leben auch schon vorbei in der Alpinenzone sich aufzuhalten langfristig macht überhaupt keinen Sinn da stirbt man oder ist halt nur kurz zu Besuch Colleen beziehungsweise Montan das mag gehen Montan mag in manchen Landschaften sogar Vorteile bringen wenn es zum Beispiel zu trockenen Landschaften sind wenn man in so einer Halbwüstenlandschaft wie wir sie auch schon gesehen haben unterwegs ist und steigt da so lange Berge hoch bis sich die Vegetation so weit verändert dass sie einem irgendwie fast wieder heim vorkommt dann hat man es wahrscheinlich in einem subtropisch tropischen Gebiet in die montane Zone geschafft und die ist oft lebensfreundlicher als weiter unten einfach weil die Temperaturen deutlich gemäßigter sind im Sinne von etwas kühler und die Niederschläge etwas reichlicher beziehungsweise etwas regelmäßiger stattfinden ja aber wie gesagt für eine alpine Zone gibt es keinen Grund sich da aufzuhalten und nie Wahl ich meine wo es nie Wale gibt da will auch Robert Mark Lehmann bestimmt nicht hin und von daher brauchen wir das auch nicht so also das zum Thema Gebirgslandschaften europäischer Prägung Yay ich bin die arktischen Lebensräume noch schuldig das hier ist Grönland die Küste die Entschuldigung Moment Westküste und ja was gibt es da Flechten das war es mehr gibt es da halt nicht das ist halt tatsächlich einfach ein lebensfeindlicher Ort wer da überleben möchte muss Inuit sein und die sagen dir dann was ist 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 und solche blöden Sprüche wenn man sie besuchen kommt wenn man vor sich hinfriert also wirklich absolut beeindruckende Leute total toll würde ich irgendwann nochmal irgendwann nochmal aber wie auch immer jedenfalls wir sehen da diesen bunten Belag auf den Steinen das sind tatsächlich teilweise vielleicht Mose das allermeiste werden Flechten sein Flechten sind so der widerstandsfähigste Organismentyp Organismen muss man dazu sagen das ist immer eine Symbiose aus Pilz und Alge eine Flechte ist nie allein die sind immer zu zweit sozusagen ein Pilz und eine Alge zusammen bilden eine Flechte und haben dann ganz viel Spaß und sind so ziemlich das letzte was an Lebewesen an halbwegs großem Lebewesen von Bakterien ist vielleicht mal abgesehen noch irgendwo auf dem Planeten zu finden ist an Orten wo alles andere schon längst gestorben ist so ist man jetzt ein Rentier dann hat man ein wunderbares Enzym in irgendeinem der diversen Mägen ich weiß ehrlich gesagt nicht in welchen vermutlich im Pansen und kann Flechten aufschließen und die darin enthaltenen Nährstoffe für sich für die eigene Ernährung nutzen und auf diesem Wege dann eben auch von Flechten wunderbar leben ja ist man kein Rentier dann muss man entweder versuchen da irgendwelche Wale und Robben aus dem Eismeer zu ziehen oder man muss Rentiere killen deren Markeninhalt über ganz viel Flechten die man vorbereitet hat kippen damit der Markeninhalt vom Rentier die Flechte zersetzt und kann sich dann eine wunderbare Flechtensuppe kochen und noch besser man isst das Rentier damit das Rentier dann auch nach was schmeckt muss das Fleisch vorher in irgendeinem Erdloch verbuddelt werden und schön vor sich hin gammeln weil blöderweise hatten die Inuiten nie sowas wie Gewürze zur Verfügung jedenfalls früher nicht und damit ein bisschen Geschmack ins Essen kommt hat man also verschiedene Fermentationsprozesse genutzt um für den europäischen Gaumen vielleicht auch für den Gaumen des Restes der Welt das war ein ganz toller Satz besondere Geschmäcker herzustellen sage ich jetzt mal also meine Frau hat sich getraut das eine oder andere zu probieren furchtbar ich habe mich nicht getraut nein also wirklich nicht aber trotzdem es geht wohl also ja Grönlandküste generell Polarmeerküste ja vergiss es da kannst du zu Besuch kommen und dann musst du da wieder weg überleben kannst du da nicht wenn du nicht Inuit bist und deine komplette Jagdausrüstung dabei hast kannst du das inklusive Kanu vielleicht und überhaupt noch die traditionellen Jagdmethoden beherrscht das sind ja auch nicht mehr viele die das noch können aber da kannst du ganz schnell wieder abhauen wenn du da bist aber schön ist es ja und das ist hier natürlich mehr als Gag gedacht als als irgendwas anderes ja Eiswüste wie der Name Wüste schon sagt tatsächlich etwas für Abenteurer die mit krasser Ausrüstung da aus irgendwelchen Gründen durch müssen weil es für ihr Leben irgendwie dringend notwendig ist da durch zu müssen auch davor habe ich großen Respekt und gucke mir das super gerne an ich muss es allerdings persönlich nicht nachmaßen überleben ohne mitgebrachte Ausrüstung schlicht und ergreifend unnöt unmöglich höchstens vielleicht noch weil man findet einfach keine Nahrung keine Chance keine Chance und selbst wenn du Nahrung im unendlichen Maß dabei hast musst du ja auch noch irgendwie an Wasser rankommen und da du dich zu Tode frierst wenn du versuchst einfach irgendwelchen Schnee abzulecken oder einfach dauernd Schnee zu essen und den im Mund schmelzen zu lassen brauchst du Brennmaterial und spätestens am Brennmaterial scheitert es dann irgendwann man kann auch nur begrenzt Schnee durch Körperwärme tauen also wenn dir der Brennstoff ausgeht oder das Essen ausgeht dann war es das in diesen Regionen allenfalls kann man sich wenn man das Glück hat in der Antarktis zu sein noch ein paar Pinguine grillen aber auch die um die zu grillen brauchst du halt auch wieder ein Feuer beziehungsweise irgendwas was brennt was du halt im vollen Umfang selber mitschleppen musst weil da halt sonst nichts brennt außer vielleicht der Pinguin selber aber du kannst nicht drei Pinguine anzütten um dir einen vierten Pinguin zu grillen das funktioniert halt einfach auch nicht so wirklich wobei man könnte es noch mit Pinguinkacke versuchen Pinguinkacke ist tatsächlich auch der eine halbwegs fruchtbare Boden den wir in der Antarktis finden können es gibt genau zwei Blumen in der gesamten Antarktis also zwei botanisch gesehen Blumen die sind beide grottenhässlich also verglichen mit einer Orchidee oder ähnlichem und sie wachsen beide direkt auf Pinguinkacke die schon länger liegt woraus sich dann sowas wie ein Boden gebildet hat frische Pinguinkacke kann man theoretisch anzünden brennt aber auch beschissen also wer schon mal versucht hat ein Vogelhäufchen oder zum Beispiel wenn man von der Taube angekackt wurde oder von der Möwe oder sonst wie das kennt jeder hat jeder bestimmt schon mal erlebt oder zumindest kennt er jemanden der das schon mal erlebt hat das kann man nicht einfach abkratzen und daraus ein Feuerle machen also mit einer riesigen Menge vielleicht aber da ist kaum noch irgendein organischer brennbarer Rückstand drin das ist überwiegend tatsächlich irgendwelche ja Fischrückstände im Wesentlichen also sowohl war Pinguin Pinguin-Scheiß ist so ähnlich wie Möwenkacke das bringt nicht viel also schleunigst wieder nach Hause falls der Meinecke uns da aussetzen sollte beziehungsweise dann soll er erstmal vormachen dass man da überleben kann ja und wenn man dann schnellstmöglichst von der Eiswüste abhaut und zum Beispiel nach Süden marschiert und sich gerade irgendwo befindet wo es im Süden tatsächlich einfach weiter geht wo man hin marschieren kann und nicht auf irgendeiner blöden Insel wie Spitzbergen gelandet ist dann entdeckt man irgendwann das hier nämlich die berühmte Bergstundra in diesem Fall hier das ist jetzt Schweden das Fjell in Grönland sieht es aber genauso aus ganz ähnliche Pflanzen ein bisschen noch ein bisschen Zeug von Nordamerika was da auch noch hingekommen ist aber im Großen und Ganzen ist es eine Strauch- und Bärenlandschaft die Bären helfen im Sommer einem schon weiter das Dumme ist nur dass der Sommer da gerade mal drei vier Monate lang ist höchstens das bedeutet die Chance dass man da eher im Winter ankommt ist relativ groß und dann hilft einem das Ganze auch nichts dann ist auch hier alles vereist und ja bringt einen nicht wirklich weiter aber nichtsdestotrotz haben wir hier nur für denjenigen denen es interessiert vorne rechts im Bild das relativ bunte Laub mit den recht großen Blättern das ist schlicht und ergreifend die Heidelbeere Vaccinium Myrtillus dann haben wir immer mal wieder diese kleinen Miniatur Tannenbäumchen zum Beispiel vorne links im Bild da hängen auch so schwarze Beeren dran das ist die Krähenbeere die kann man auch essen die ist nicht so lecker wie die Heidelbeere aber ja man kann die auch essen auch in großen Mengen da passiert einem nichts dann haben wir im Hintergrund die etwas höheren Büsche das ist Betulanana die Zwergbirke die kann als Not-Not-Feuermach-Möglichkeit verwendet werden hin und wieder findet man mal kleine abgestorbene Stücke oder kleine abgestorbene Zweige zum Beispiel hier so links von der Mitte im unteren Drittel liegt ein Stock auf dem Stein auf dem Polster aus verschiedenen Pflänzchen auf dem Stein dieser eine Stock der steckt da bestimmt auch noch im Boden das ist wahrscheinlich ein abgestorbener Trieb von Betulanana den könnte man versuchen zu verheizen und das ist für die Verhältnisse der Berg-Tundra ein vergleichsweise großes Stück Brennholz also ihr braucht nie zu glauben dass ihr da Großfeuer macht dann macht ihr wirklich nur mal ein Mikro-Mikro-Mikro-Feuer um mal ein ganz kleines bisschen was heiß zu machen und dann ist das Feuer auch schon wieder aus und dafür hat man eine große Fläche abgrasen müssen mal abgesehen davon dass das eine ziemliche Sünde an der Natur ist aus Naturschutzgründen und so weiter und so fort im Survival-Fall wenn man da wirklich zum Überleben das dann braucht dann ist natürlich selbstverständlich in Ordnung das eigene Leben geht vor aber ja da ist schwierig ist schwierig und die Beeren die man da mampfen kann schmeißt dann auch nicht aus dem Häuschen falls ihr noch Blätter entdeckt habt die weder Heidelbeere noch Kränbeere sind dann ist es vielleicht Vaccinium Vitis Ideia die Preiselbeere die gibt es ja auch immer mal wieder zwischendrin an verschiedenen Stellen und vielleicht haben wir noch Glück wenn wir ein bisschen weiter runter zum nächsten See steigen dass uns da noch mal ein höheres Gebüsch das ist so die beste Möglichkeit zum Feuermachen von Salix herbacea also der Krautweide oder Zwergweide genannt begegnet auch da gibt es verschiedene Ausprägungen von Unterarten von und so weiter die sind noch das Höchste was wir an Vegetation finden können und wenn wir ganz viel Glück haben in so einer Landschaft finden wir mal unten am Wasser Salixwälder also Weidenwäldchen die tatsächlich so hoch sind wie wir also Maximalhöhe so zwei Meter ungefähr aber dann ist auch wirklich Schluss und das ist alles was wir an Vegetation in der Bergtundra finden können das heißt hier kommt es eigentlich im Grunde auch nicht mehr besonders drauf an was man da genau treibt und wo man da genau hingeht und scouten muss man da auch nicht weil da wirst du nichts finden was dich weiterbringt außer vielleicht irgendwo eine Hütte und die sind meistens so platziert dass man die in weiter Ferne in ihrer schicken roten Farbe wunderbar sehen kann um darauf zuzuhalten und dann festzustellen dass irgendein Arsch das Ding abgeschlossen hat um dann im Klohäuschen zu übernachten ich spreche aus Erfahrung das Gute ist im Klohäuschen gab es Mäuse die mich dann im Laufe der Nacht immer mal wieder zu Besuch gekommen sind und ich mag Mäuse und sie haben dankenswerterweise auch nicht versucht meinen Schlagsack anzunagen so und ja aber im Grunde man kann sich hier noch einen schönen Lagerplatz suchen auf halber Höhe vom Hang nicht ganz unten am Wasser aus den Gründen die wir schon besprochen haben nicht ganz oben auf dem Berg aus naheliegenden Gründen da pfeift es und zieht es wie Hechtsuppe sondern irgendwo so zwischendurch am Hang falls man da ein ebenes Stückchen finden kann irgendwann findet man eigentlich meistens eins wenn man lang genug sucht da muss man auch Glück haben dass an der Stelle eben gerade nicht zu viel Zwergbirge oder Zwergweide wächst und dann ist das eine wunderbare Ecke um mal wieder runter zu kommen und in der absoluten Einsamkeit und Einöde ja über ein paar wichtige Dinge nachzudenken kann ich nur jedem empfehlen der das noch nicht gemacht hat und derjenige der schon oder diejenige die schon gemacht hat wird mir sicher beipflichten Nordlandurlaub macht süchtig das macht man nicht nur einmal es sei denn es war die Hölle dann ja es gibt Menschen die können das gar nicht haben und wurden einfach überredet dahin zu gehen alle anderen sind süchtig und kommen wieder dazu gehöre auch ich so und damit darf ich mich verabschieden wir haben jetzt also ein paar Einblicke in verschiedene Landschaften und was man beim Betrachten der Landschaft daraus so lernen kann bekommen ich hoffe da war ein bisschen was hilfreiches für euch dabei ich möchte noch mal betonen ich kann nicht immer garantieren dass das was ich da so sage stimmt ich müsste dafür wirklich auch hinlaufen um es in endgültiger Konsequenz zu überprüfen aber es ist immer recht wahrscheinlich also da bin ich mir wirklich sicher dass das was ich sage sehr wahrscheinlich ist dass es da wohlmöglich zutreffen könnte wo ich sage dass es zutrifft so ja es ist zur Zeit ein Fluch ich kann glaube ich kein Video mehr machen das kürzer als zwei Stunden ist das geht einfach nicht mehr naja im Adventskalender dann ja im Adventskalender verspreche ich sind die Einzelbeiträge unter zwei Stunden ich hoffe auch unter einer halben aber ja die Hoffnung stirbt zuletzt macht's gut bedanke mich bis zum nächsten Mal dann auch wieder mit mir im Bild ciao